Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Together, der Live-Sendung heute Freitag 18 Uhr. Der Gronk ist leider krank, aber heute, an diesem schönen Freitag, an diesem Karnevalsfreitag, habe ich einen Ersatz organisiert. Der Gronk macht heute Cosplay, hat sich als jemand verkleidet, den ihr alle kennt, und zwar unser Professor, Dr. Sartentrumpe. Und das ist ein Gesicht heute sogar, yeah. Ihr wollt das ein bisschen lauter hören hier. Lauter mit der Mucke mal hier, Freitag 18 Uhr. Jetzt geht's richtig auf den Nuss. Wir sind heute hier köllend. Yeah. Yeah, Action Satisfaction. Und heute haben wir wieder viele, viele Themen, viele geile Games auf jeden Fall, aber leider ohne Gronk. Der ist heute krank, der kann heute leider nicht. Unser guter alter Mitschreiter, liebe Grüße an dich, alter Finne. Hoffentlich wirst du bald wieder gesund und redest nicht mehr wie ein kleiner Schüler im Stimmbruch. Genau, das war übrigens gerade Eddegasdorn. Kann ich mal kurz Hallo sagen in die Community, denn die Jungs sind auch teilweise, jedenfalls, ich weiß nicht, ob sie bei den Livestream dazugucken, aber vielleicht ja. Insofern Salute an Eddegasdorn, die eine sehr gute Platte gemacht haben. Könnt ihr auf metaldemos.com anhören. Ja, Metal-Demos ist jetzt zufälligerweise ein bisschen Schleifungen zu machen, auch ohne Seite vom Sergeant Rumpel. Da gibt es ganz viele Independent-Metal-Bands, könnt ihr euch einfach mal reinziehen. Wenn ihr da Bock habt, seid ihr wahrscheinlich schon down. Ja, Gronk ist krank, alter. Ja, Gronk ist krank, fucking shit. Gronk, ich hoffe, du guckst zu überhaupt hier. Ja, wenigstens eine Einschaltquote müssen wir haben. Ich opfer mich hier für dich, ja. So war das nicht geplant. Ich werde weder gezahlt hierfür noch sonst irgendwas. Aber ich wünsche dir natürlich alles Gute und hoffentlich wirst du bald wieder gesund. Und klar ist, ich muss immer noch so ein bisschen hier die Kameras checken. Ja, immer die, die rot leuchtet. Genau, die, die rot leuchtet. Eigentlich ist es ganz einfach, aber für mich ist es doch irgendwie alles neu. Ja, ja. Ich muss doch die Regieanweisungen jetzt auch noch aus dem Studio geben. Insofern Kamera 1 bitte. Sehr gut. Kamera 3. Kamera 2. Braucht man eine Facebook? Ah, 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 ah. Sehr gut. Na, jedenfalls ist das natürlich hier so eine einmalige Sache. Das ist auch deshalb irgendwie heute so, dass ich hier sitze und nicht in der Regie, weil der liebe Gronk tatsächlich sehr, ja, heute Morgen um... Nee, gar nicht heute Morgen. Ich habe heute Nacht von ihm eine SMS bekommen. Heute Nacht? Ich habe erst heute Vormittag eine SMS von ihm bekommen. Ja, ich habe heute Nacht eine SMS bekommen. Er meinte, ich kann leider nicht kommen. Er ist halt sehr krank, er hat auf jeden Fall eine heißere Stimme. Und dann haben wir auch gedacht, der ist besser, wenn er sich schont. Weil wir müssen ja auch viele, viele Videos vorproduzieren. Denn wir sind ja nächsten Monat in Thailand und so. Wahrscheinlich auch in den Arabischen Emiraten und was weiß ich was alles. Und dann werden wir richtig schön Urlaub machen. Und dafür müssen wir natürlich viele Videos vorproduzieren, damit ihr natürlich in diesem Monat auch was habt. Aber heute das Highlight heißt... Alter, Alter, ich sehe hier gerade mal, ich bin ja Regie, ne? Ich kann das ja... Ich muss mal eine Kamera richten, da bist du noch zu, die war noch nicht richtig eingestellt. So, warte mal. Ja, man kann das... Also technische Probleme kennt ihr. Ja, und das ist der Rumpel, ey, Leute. So sieht der Rumpel aus. Ne? Krass, oder? Krass. Guck mal hier, Rumpi, du Sweetie. Rumpel ist weg. So, jetzt könnt ihr mal wieder auf Kamera 2 schalten. Das sieht auch besser aus jetzt. Guck mal, hier kommt direkt der Nutella-Witz. Mein T-Shirt ist toll. Ah, den sieht doch überhaupt nicht besser. Ich muss nochmal ran. Und letztes Mal genau... Ich zeig mal in der Zeit mein T-Shirt. Warte, ich muss mich da hinsetzen. Warte. Genau. Und jetzt hören wir hier mal kurz die Kamera. So, jetzt, so sieht es doch aus. Bist du richtig zentriert. Normalerweise mache ich das ja genau eben hinter der Kamera. Es ist auch schon echt lange her, dass ich vor der Kamera bin. Ja, aber du hast ja immer Theater gespielt. Also du machst ja sonst auch gerne Theater, wenn wir mal zu spät kommen, machst du auch immer Theater. Aber dann von Shakespeare, weil dann gibt es doch richtig einen Dolchstuhl von hinten. Macbess mit Gift und so. Wird ja richtig giftig. Wutperrucke hat er heute nicht aus. Nee, die ist hier drunter. Die ist da drunter. Damit sie gar nicht erst zu hervorsteigen kann, habe ich gesagt, zieh dir besser die Mütze an. Dann passiert sowas nicht. Ey, wir haben News. Außer, dass Gron krank ist. Außer, dass Gron krank ist. Gute Besserung nochmal. Aber jetzt ist es auch gut. Gute Besserung. Wenn du jetzt nicht gesund wirst, ey, wenn du nicht am Wochenende wieder mit uns zählst. Dann kommen wir dich zu Hause besuchen, Alter. Denn wir müssen ja auch wieder Lev4Net aufnehmen, Alter. Dann kriegst du von mir persönlich eine Karottensuppe in deinen Mund getäufelt. In deinen Mund. Ich habe Mund gesagt. Alter. So, ich will mich doch hier nicht auf das gleiche Niveau begeben. Ja, aber es gibt noch einen anderen. Der hat heute Geburtstag. Bei dem ist was Gutes. Genau. Der HiYuga hat Geburtstag und wird 98. Ach, wieder, ey. Du bist immer so schabann. 87 wird er eigentlich erst. 87. Ja, genau. Sehr gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch für das hohe Alter. Du siehst noch echt jung aus, Alter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Creme von Uschi Glas kommt wieder zum Vorschein. Die hilft garantiert. Uschi Glas Creme, das ist ein Wunder. Ein Wunder ist das. Ein Wundermittel. Das predige ich schon immer wieder nicht. So, aber Karneval gibt es auch jetzt immer. Ist der Karneval-Rosen-Montag, kommt ja bald am Montag. Aber es war ja bei mir was. Ich bin übrigens auch im Chat. Sag doch mal, feiert ihr Karneval. Das könnt ihr mir mal fragen, oder? Ja, das könnt ihr natürlich reden. Hier im Chat, was sagt ihr denn? Ich muss einmal runterscrollen. Bei, bei, übrigens bei Loli, ja, leckt es voll irgendwie. Weiß ich nicht. So, also, feiert ihr Karneval, Leute. Sagt mal. Und deine Mütze ist voll toll. Ja, die ist echt cool, ne? Die ist gut, ne? Rumpel sieht aus wie Alex Clare. Stimmt, du hast ein bisschen Ähnlichkeit mit Alex Clare. Ich wurde schon für Moritz Bleibtreu gehalten. Ja, Moritz Bleibtreu. Aber da hatte ich noch nicht so viel Bad. Nee, also du bleibst eher dem Manuel treu. Du bist ja nicht der Moritz. Ah, jetzt war sie ja nacheinander an und aus gemacht. Alter Schwede. Ja, so, was sagen die denn? Ja, nein, nein, nicht, nope, jo, ruckelt. Karneval ist super. Ruckelt, ja, dann musst du leider nochmal deine Connection hochsetzen. So, also ich glaube, das ist sehr gemischt. Ich glaube, fast mehr Leute feiern nicht Karneval als... Ja, die kommen ja auch nicht alle aus Köln. Ich meine, ein Karneval ist halt in Köln auch ein Heiler. Boah, der steht gerade wieder nicht. Hallo, wir haben auch in Düsseldorf und in Mainz und in... Düsseldorf? Düsseldorf? Du sagst Düsseldorf und Karneval? Kamera 1. Ja. Danke. Kamera 2. Düsseldorf und Karneval? Düsseldorf und Karneval. Ich mag ja nichts gegen Düsseldorf, ich mag sie ja gerne, aber Karneval feiern, das geht nur um Kölle. Nee, das stimmt. Köln ist die Karnevalhauptstadt Deutschlands und Mainz natürlich ja auch Helau, aber Alar ist ja mal 10 Mal cooler. Naja. Aber jedenfalls Karneval, es gibt Angebote und zwar digital, egal ob ihr Karneval feiert oder nicht und zwar bei... Jetzt weiß ich nicht, ob es MC-Game ist oder Mac-Game, aber auf jeden Fall in diesem Laden, der MC-Game geschrieben wird, .com. Und dort könnt ihr euch tolle Spiele, wie beispielsweise Disciples. Alter, hier sind richtig geile Spiele und zwar für 3 Euro. Die haben alles für 3 Euro. Da ist Grey Matter dabei, also jetzt mal Adventure-mäßig Grey Matter, aber auch Dungeons, Dungeon Lords, Runaway, Unwritten Tales. Shades of Grey Matter? Nein, nicht die Shades of Grey Matter. Shades of Grey Matter. Das ist ein Computerspiel, das kennst nur du. So, Unwritten Tales, ein großartiges Adventure. Hier wird schon wieder an der Kamera rumge- und Drakensang. Drakensang ist auch dabei, ein LP, gerade, das auch aktuell läuft. Ich will gar nicht sagen, von wem. Prince of Persia, Hammer-Titel. Ich hatte was ja letztens noch seine Frisur. So, da hatte ich noch seine Frisur von Prince of Persia. Jetzt hast du nur noch sein Gemüt. Ne? Oh mein Gott, ich hab gar nicht gewusst, wie der rumpelt aufsieht. Voll sympathisch ist der. Sagt der Grempler. Der lügt. Grempler, du bist echt nett zu dem. Du bist echt nett. Ausnahmsweise mal. So, wir haben noch mehr News. Mehr. Zack, zack, hier. Jetzt geht richtig ab hier. Bei eBay gibt's eine Spiele-Sammlung, verkauft da jemand. Und nicht nur einfach eine Spiele-Sammlung, eine komische oder so. Sondern so eine richtig krasse Spiele-Sammlung, wo mega fett viele Spiele am Start sind. Und alle möglichen Oldschool-Titel. 30 Jahre hat der Bursche gesammelt. Auch Konsolen. Die geilsten alten Konsolen. Und vielleicht kann man das mal gerade auf Rumpels Monitor. Der hat das, glaube ich, geöffnet mal. Du hast was über eBay mitzubieten. Auch wenn es so eine halbe Million war. Eine halbe Million habe ich in meiner Freizeittasche immer drin. Genau. Der verdient beim Leistung ja verdammt gut. Das sind nicht nur Games, sondern der hat alles gesammelt. Alles, was mit Spielen zu tun hat. Und jetzt hier, ich scrolle jetzt einfach mal so ein bisschen runter. Das sind alles Items, die man hier kaufen kann. Ey, das sind Klassiker. Der Game Boy Color ist am Start. Game Gear. Da sind auch Konsolen dabei, von denen habe ich noch nie was gehört. Alter. Nokia Engage. Alter, der hat sich jedes Ding gekauft. PS2 einfach achtmal mit Spielen. Hier, mit der Pistole. Der ist der NES. Der ist der NES. Der NES, ja, genau. Boah, Alter, was ist das denn hier? Das sind, äh, keine Ahnung, sieht aus wie ein Commodore oder sowas. Aber, äh... Also hier, da kannst du mal mit der Maus zeigen. Sony. Wenn wir draufziehen. Alter, ist die PlayStation 0. Hitbit. Hitbit. Auf jeden Fall auch eine Konsole, die extrem bekannt ist. Aber hier gibt es eben nicht nur solche Sachen. Ich muss jetzt gerade, lädt das wieder alles. Hier, guck mal, wie viele PS3s hat der denn? 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man, so wenn man so eine Spiele-Sammlung hat, wie kann man das verkaufen? Ja, das wollte ich auch... Also da wird ja jeder neidisch. Das ist doch so, du machst 30 Jahre lang, arbeitest du und gibst deine ganze Kohle für so einen Scheiß aus und am Ende willst du es für eine halbe Million verkaufen, aber keiner will es kaufen. Das ist mal doof. Dann sagst du immer, ey, ich habe eine halbe Million an Wertgegenständen in meinem Keller, aber keiner will es haben. Ja, obwohl scheinbar wird geboten, oder? Wird dafür geboten? Soweit ich das gesehen habe, wurde noch nicht einmal geboten. Eine halbe Million ist ja auch eine ganz schöne Stange Geld. Ja, ich meine, da musst du echt ein fanatischer Gamer sein. Also das geht jetzt hier weiter übrigens. Das ist nicht so, dass hier unten, wenn das hier... Nee, das geht noch zwei Kilometer weiter. Da bist du irgendwann in China oder Japan, bis du da zu Ende bist. Das können wir noch zwei Jahre davon... Aber allein die Arbeit hier, alles abzufotografieren, das ist doch Wahnsinn. Ja, das kostet ja eine halbe Million schon beinahe, wenn du Fotografen engagierst. Weil du einen Fotografen engagierst. Du da mal fotografiert. Aber Alter, das geht hier einfach weiter. Na gut. Der hat bestimmt einen Laden ausgraubt, einen Spürladen. Verrückte Sache auf Ebay, muss man ganz ehrlich sagen, ähm... Wahnsinn. So, verrückte Sachen gibt es noch weiterhin, und zwar zwischen Valve und J.J. Abrams. Ja, hab ich auch gehört. Das ist echt verrückt. Das ist wirklich verrückt. Der J.J. Abrams, bekannt aus Lost zum Beispiel, hat er gemacht. Lost die Serie, oder Alias, die Agentin, oder... Star Trek. Star Trek hatte diesen 2009er-Film, Super 8. Also es gibt sehr viele Filme, die J.J. Abrams gemacht hat. Ziemlich bekannter Regisseur und Produzent vor allem eigentlich. Vor allem. Und zwar hat der gute Mann jetzt gedacht, Mensch, wir machen mal mit Weive, machen mal mit Filmchen. Und Weive macht im Gegenzug sogar ein Spiel mit J.J. Abrams. Und vielleicht kannst du darüber mehr erzählen. Ja, genau. Also es ist im Endeffekt so, dass J.J. Abrams ein Spiel verfilmen wird von Valve. Wer weiß, vielleicht ist es sogar Half-Life 2. Das wäre der Hammer. Also ich warte schon lange auf dieses Spiel. Es gibt so viele Computerspiel-Verfilmungen und eigentlich sind alle ziemlich lame. Ja, ich weiß mal, 80% sind ja auch von Uwe Boyle. Übrigens, eigentlich schönen Gruß. Schönen Gruß, Uwe. Alte Socke hier. Wie der hat der deutsche Kultur im Ausland ganz hoch gehalten. Der hat das auch nur geschafft, weil er viel Geld hat. Ich habe mal gehört, wie er es gemacht. Ich habe mal gehört. Ich weiß auch, wie er es macht. Ja, genau. Wenn die Agenten wechseln, dann kommt Uwe Boyle an den Draht. Das habe ich von einem Regisseur von einem bekannten deutschen Film. Habe ich diese Information. Ah, okay. Und zwar, wenn Uwe Boyle, wenn die Agenten der Schauspieler wechseln, oft, dann müssen die direkt performen. Und dann müssen die direkt Filme organisieren. Und meistens klopft Uwe Boyle genau bei diesen Schauspielern an, wo gerade ein Agent gewechselt ist. Ich habe gehört, dass er mit Nazi-Gold seine ganzen Sachen... Ach so, mit Nazi-Gold, ich glaube, das ist es schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Nein, das hat er ja selbst mal gesagt. Kennst du den nicht? Ja, Postel? Ja, Postel, ja. Aber dass er gesagt hat, ich hätte Nazi-Gold, ist ein bisschen... Ist er selber in einer bayerischen Tracht, sitzt an einem Biertisch und dann sagt halt eine Off-Stimme, was weiß ich, keiner weiß, wie Uwe Boyle seine Spiele finanziert. Und dann sagt Uwe Boyle so, dreht sich so zur Kamera hin und sagt, my games, I finance you is Nazi-Gold. Ja, das ist a true story. Ja, das hat er sich bestimmt ausgedacht. Nein, 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 ich würde es mir nie ausdenken. Die einzigen, die Nazi-Gold haben sind die Schweizer. Das heißt Uwe Boyle, ein Schweizer, wer weiß. Ja, also die auf den Schweizer Konten schlummern, noch so einiges. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass Uwe Boyle sein Vermögen mit DVDs gemacht hat. Liebe Grüße übrigens an die Schweizer hier. Auch schön, dass ihr eingeschaltet habt. Richtig. Nichts gegen die Schweizer. Und die Österreicher natürlich auch. Muss man auch mal sagen. Grüezi. Grüezi. Grüezi mal sagen mit Schweizer. Grüezi ist die Schweizer. Grüezi miteinander. Und die Österreicher sagen dann? Servus. Servus? Das sind die Bayern. Servus. Was sagen denn die Österreicher? Sagt doch mal schnell, wenn die Österreicher hier. Das guckt mich mal hier gerade im Chat. Das würde mich jetzt interessieren. Was sagt man denn auch? Servus. Servus. Sagt mal Servus. Servus. Das haben nicht Papa oder irgend sowas. Grüezi. Papa. Dachte ich. Österreicher war so win. Ein Hallo aus der Schweiz sagt Lele. Ja, wir richtig international sind wir hier. Auch wenn wir immer nur auf Deutsch reden. Ja, Mensch. Servus. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Servus. Heute mit dem Zart und Rumpel. Nein, eigentlich ist der Kronk, aber der hat sich auch Zart und Rumpel verkleidet heute. Genau. In Wirklichkeit ist er gar nicht krank. Redest du gerade Schweizer Dialekt? Ich glaube, Schweizer hassen das, wenn Deutsche einen Schweizer Dialekt snart machen. Ich sollte mir einen Ohrfeiger dafür geben. Wenn Deutsche einen Schweizer Dialekt nachmachen, dann finden die es gar nicht lustig. Doch, ich find's irgendwie lustig. Wer hat's erfunden? Ja, äh, die. Die Kölner. Oh. So sieht's aus. Die Vietnamesen waren. Wirklichkeit. So, nächste News von Halve. Sie hassen es, sagt Lele. Oh, es tut mir leid, Lele. Aber du magst mich hoffentlich noch. Nein, wir machen das ja nur ganz kurz aus Spaß. Servus. Hey, ist doch noch ein Witzchen. Ich mache auch Hesse nach. Hesse. Der Hesse. Hesse. Du kannst aber eher Kölsch reden. Eigentlich hätte ich noch so einen Da-Da-Sound. Den wollte ich hier noch. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Kölle, A-Laf, A-Laf. Ich habe hier alle möglichen Sounds. Kölle, A-Laf. Oh, warte mal. Ich stehe mal gerade auf dem Schuh. Aufmache jetzt noch mal. Nochmal. Warte. Ja, klar. Hätte ich noch einen Furz haben müssen. Das wäre noch ganz gut gewesen. Das muss man erst mal machen, ja. So, aber wir machen jetzt erst mal weiter. Genau. Walwe, weiter. Der Verbraucherschutz, er hat geklagt. Er hat geklagt tatsächlich. So, was wir ja letztes Mal schon gesagt haben. Er hat geklagt und Walwe hat gesagt, das interessiert uns gar nicht. Er hat geklagt und Walwe hat gesagt und dann hat sich Rumpel beklagt. Das interessiert uns gar nicht. Ja, das interessiert uns gar nicht, hat Walwe gesagt. Sie haben gesagt, ach, der Verbraucherschutz hat schon mal geklagt. Da sind wir auch durchgekommen. Und wir werden erst mal weiterhin unseren Dienst in Deutschland anbieten. Fusion. Ah, das wollte ich mal machen. Komm, wir machen mal. Fusion. Fusion. Jetzt muss der Gronkh schreien. Nein. Aber der hat damit keine Stimme. Der hat echt eine heiße Stimme. Das war ja lustig. Nein. Der Gronkh und ich, wir haben ja in Dead Space vielleicht. Ich mach den Gronkh nach, einfach, wenn er so. Fusion. Nein. Ja. So ungefähr. Der arme Kerl. Ich darf mich darüber nicht lustig machen. Aber wir müssen ja mal ein bisschen Späßchen zwischendurch machen. Der wird das verstehen. Ey, der hat mich so oft hier auch auf den Arm genommen. Und ich konnte mich nicht wehren. Jetzt kann er sich nicht wehren. Kamera 1. Der Mützenmann. Der Mützenmann. Der Rumpel. Falls ihr den gerade eingeschaltet habt. Das ist Sergeant Rumpel. Verkleidet als, ne Gronkh, als verkleidet als Sergeant Rumpel. Und wir haben noch eine weitere News. Wir haben noch eine weitere News, hab ich gehört. Ja, genau. Also erstmal, weil wir Verbraucher haben, müssen wir vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist für die Leute, die ich die letzte Folge nicht gesehen habe. Ja, warum? Das war folgender Grund. Vielleicht hat ja jemand den letzten Livestream nicht verfolgt, wo wir darauf schon eingegangen sind. Und zwar der gute alte Verbraucherschutz. Good old Verbraucherschutz. Wir kennen ihn alle. Hat uns schon oft den Arsch gerettet. Aber in diesem Fall ist es ein bisschen kurios. Denn es geht darum, dass, ähm, ja, ich sag mal, Produktkeys weiter verschenkt werden können müssen an andere Personen verkauft. Secondhand muss gewährleistet sein. Und das ist ja bei Steam bekanntermaßen nicht gewährleistet. Das heißt, du kannst keinen benutzten Key irgendwie noch weiterleiten. So, und da wollen die gegen klagen. Ich finde die Klage ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. Weil, hallo? Am Ende sagt, äh, äh, sagt Valver, ey. Now I'm really pissed off. Und dann sind die, äh, raus aus Deutschland und wir haben unsere ganzen Steam-Games. Und die sagen, what's this? Verbraucherschutz? What's this, guys? They're from Germany? What's over? What's that? Genau. What's the Verbraucherschutz? I got a little headache. I got a little headache. Hey, hey, Germany. Game over. Genau. Game over in Germany sagen die nachher. Und dann sitzen wir alle da, 15.000 Euro in unsere blöden Spiele bei Steam ausgeben. Und es zu der Laden. Und müssen dort für 3 Euro Sachen kaufen. Ich gehe jetzt zu Mac Burger King. Ist ja nicht die Frage, ob dann diese, ich meine, es ist ja nicht nur Steam, die das machen. Sondern es gibt ja ganz viele Anbieter, die digital... Nee, nicht nur Dampf. Da ist richtig Dampf im Kessel, du. Ah. Hier, mach mal hier die Kamera. Warte mal, der Witz, der war so schlecht, der war so schlecht, dass ich sagen würde, ach so, gut, hier, nochmal. Ja, warte, 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 noch. So. Ähm, 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 der Witz war so schlecht wie ein Treffer vom Todesstern. Oh, Alter. Dafür kriegst du jetzt ein Low Five. Ja. Low Five. Und zwar der Todesstern, das haben vielleicht auch einige mitbekommen, ich glaube, wir hatten das auch in den News. Und zwar hat ja, haben ja einige findige Leute und Star Wars Fans, Alter. Nee, einmal muss es sein. Ja, ich auch. Komm, du musst einmal, der hat, der Rumpel hat noch nie Seifenblasen bekommen. Alter. Geh mir weg mit den scheiß Seifenblasen. Wenn du wüsstest, wie das Anti-Monsters-Blasen stinkt, würdest du das gar nicht aktivieren. Nein, ich hab's gesehen. Aber vielleicht kann ich irgendwas anderes sagen. Du hast es nur gesehen, du hast es noch nicht gekrümmt. Ich hab's gesehen, wie ihr euch gekrümmt habt. Der Gronkh, der weiß, wie schrecklich das ist. Alter, ich hab hier noch so ein Laserschwert, das hat doch auch hier... Nee, das ist doch dein Dildo von letzter Woche. Alter, kannst doch nicht hier von Dildo sprechen. Wir haben doch... Ich weiß noch, wo der Gronkh da war und ihr den... Na, lassen wir das sein. Was ist das jetzt? Oh, das ist echt krass. Du bist ein Psycho, Alter. Aber das geht gar nicht. Doch, das geht. Soll ich dir zeigen, wie das geht? Juhu! Die sind ganz gut. Aber ich dachte, die werden größer. Bim, 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 bim. Guck mal, der schwebt davon. Naja, wie auch immer. So, auf jeden Fall Todesstern bei Kickstarter. Hey, das war mal eine Aktion, oder? Ja, da ist eine Seifenblase geplatzt. Ja, aber... Eine Traumblase. Und zwar... Und zwar haben einige findige US-Bürger einen, wie soll man sagen, einen Antrag gestellt an die US-Regierung, dass sie nämlich jetzt gern einen Todesstern bauen würden, denn sie finden, dass doch die Bedrohung von extraterrestrischem Leben relativ hoch ist. Und so haben sie diesen Antrag gestellt und Obama hat reagiert und hat gesagt, tut mir leid, geht leider nicht, ist zu teuer, was auch immer. Dann haben die jetzt gesagt, na gut, wenn die US-Regierung das nicht machen will, dann machen wir das einfach Open Source und gehen auf Kickstarter. Ja, finde ich eine gute Sache. Und haben also allein für die Pläne haben sie jetzt erst mal 20 Millionen anberaumt. So, das ist dann natürlich für den Architekten, der kostet ein bisschen, so ein Todesstern will erst mal gebaut werden. Jetzt stellt es natürlich die Frage, sind die Pläne nur der Todesstern, so ein Ball? Im Weltraum soll der wirklich schweben, wie bei Star Wars? Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, jeder, der Star Wars kennt. Der muss voll funktionstüchtig sein. Oder ist der mit Laser? Wird der Laser oben drauf für die 20 Millionen? Also, ich würde mal sagen, vielleicht sind die Laser die Luxus-Ausführung und dann kriegst du dann auch Scheibenwischer dazu. So wie Aldaran damals. Der Aldaran wurde ja komplett verbrannt. Ah, jetzt habe ich gespoilert für die Leute, vielleicht Star Wars 1 in den 70ern gesehen haben. Oh Gott, wer das Star Wars 1 noch nicht gesehen hat, schalte den Stream aus und geh Star Wars. Aldar, es tut mir leid, Aran. Auf jeden Fall haben die gesagt, also 20.000 kriegen wir die Pläne und in der zweiten Kickstarter-Kampagne werden wir dann tatsächlich den eigentlichen Todesstern erst bauen wollen und dafür brauchen wir knapp berechnet 680 Billionen US-Dollar. 20 Billionen sind nur die Pläne, genau. Und den Billionen US-Dollar kosten... 680 Billionen. So, und jetzt stellt sich natürlich die interessante Frage, liebe Freunde. Stellt euch mal vor, geht das für Billionen, so einen Todesstern ins Weltraum zu bauen? Da kackt die ISS ja ganz schön ab. Und die NASA, die können einfach... in der NASA bohren dann. Ja, fangen wir mal lieber an, lieber zu spielen. Aber heute haben wir noch eine Ankündigung zu machen. Denn wir spielen heute gemeinsam mit euch ein tolles Community-Game, ein MMO. Heute wird wieder geflashmobbt und alle können mitmachen und zwar bei Tira. Tira. Weil wir, wo wir gerade bei Todessternen und so waren, Tira-Ana sind wir heute. Da gab es nur einen ganz kurzen... Der war aber auch... Eine halbe Umdrehung kriegt sie dafür. Warte. Eine halbe Umdrehung. So, stopp. Okay. Na ja. Auf jeden Fall werden wir heute Tira spielen. Ihr kennt es alle, das MMO mittlerweile kostenlos. Damals noch ein Abo-Spiel, heute kostenlos und lustig und mit Hack-and-Slay-Modus und Action und so. Und wir werden da ein bisschen missbauen, wie immer. Hammer-Grafik. Hammer-Grafik. Echt gut. Ich glaube, das war die Unreal Engine 2.5 oder... Nee, 3 ist es. Eines der letzten MMOs gewesen, die kostenpflichtig waren jetzt. Ich glaube, jetzt ist nur noch... WoW. Der alte Platzhirsch. WoW. Und es gab noch ein anderes. Irgendwas mit R. Rise. Kann das sein? Ähm... Ich weiß es nicht. Da fragst du mich was. Äh, irgendwas mit R. Rift meinst du? Rift, ja. Rift. Rift ist, glaube ich, auch noch kostenpflichtig. Rift. So. Ja. Damit sind wir mit den News eigentlich durch. Ja, warte. Warte gerne. Achso, Entschuldigung. Denn ihr könnt euch diesen Client, alle Verlinkungen auf unserer Seite unter Facebook. Facebook auch, bitte. Hier, Bäm. Lpt Live. Könnt ihr euch hier, zack, Tera und... Aber es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen spät sein. Weil wir haben allein hier mit einer 100-Mega-Mitleitung haben wir schon... 22 Jahre gezogen. Gefühlte 22 Jahre. Denn nach dem Client wird zusätzlich noch der Patch geladen. Und das dauert dann auch nochmal ein bisschen. Nee, das dauert ein bisschen. Ich denke mal so zwei Stunden. Für die, die es nicht haben, ist es wahrscheinlich zu spät. Aber wir hatten es ja auch angekündigt auf unserer Facebook-Seite. Und die, die da gewieft, immer schön mitschauen. Genau, Facebook. Ja. Da einfach mal echt hier drauf schauen und abonnieren, favorisieren. Kamera 2. Oh, die sind ganz schön auf Draht, die Jungslein. Oh, hallo. Mensch, wer ist das denn? Komm, 3. Ja, danke schön. So, ja, jetzt können wir aber weitergehen, oder? Geiles Game spielen wir heute. Und zwar richtig fettes Game. Richtig abgedrehter Shit, kann ich nur sagen, was der Rumpel da wieder aus der Tasche gezogen hat. Naughty Beer spielen wir heute für die, die es kennen. Naughty Beer. Wir können das mal hinten drauf tun. Es hat nichts mit Bier zu tun, sondern wir spielen einen Bären. Ja, ein Naughty Beer. Genau. Nein, nicht mein Desktop. Aber nicht schlimm, das kann passieren. Genau, wir wollen die PS3 haben. Oh, das ist der Controller 2. Ich brauche mal den Einser. Den Einser, dann kriegst du den von mir. Yeah, das Game geht echt ohne Scheiß richtig geil ab. Also, unser Ziel ist es, Cuddles zu bestrafen. Und wir schlüpfen in die Rolle eines bisschen, ja, Psycho-Bären. Ich sag mal, Hannibal Lector in der Bären. In der Bären-Szene, ja. In der Beer-Scene, ja. Vielleicht sollten wir noch kurz ankündigen, das ist eigentlich der DLC zu dem Hauptspiel. Also, es gab einmal ein Hauptspiel, das ist schon seit 2012 oder 2011 sogar draußen. Jetzt haben sie gerade einen neuen DLC rausgebracht. Zufälligerweise spielt das auf einem tropischen Eiland. Na? 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 Na, wisst ihr, was ihr meint? Das könnte doch Toteiland sein. So, wir gucken uns mal ein bisschen an, wie der Bär aussieht. Halt, nimm dir erst die Waffe. Juhu. Yeah. Also, das Game ist einfach super geil und super abgedriftet. Ist wie gesagt ein DLC. Und, ja, Dead Island lässt grüßen. Für die PS3. Damit meine ich natürlich nicht das Spiel, sondern Dead Island. Und für die Xbox. Oh, guck mal, hi. Alter, die sind richtig sauer schon. Warum sind die so sauer? Ich glaube, du hättest hinter die gehen müssen. Haut zu, haut zu. Du Penner. Sind auf jeden Fall die typischen Teddys, wie man sie so kennt. Kuschelig. Der blockt doch nicht etwa. Nein, jetzt, der stirbt jetzt. Da, Münzen aus dem Bauch des Teddys. Oh, guck mal, das ist so geil, wenn man sich hier versteckt. Was ist das? Das ist auch fällig. Sehr gut. Sehr gut. Hey, am Geist, ich würde mal gerne einen scalen. Ja, mach mal. Also, einen Erschrecken. Da muss er aber hinten dran. Da muss er hinten dran. Hier schlagen wir uns das machen. Oh, mit Rasenmäher kann man wunderschöne Muster melden. Due to Soft Fur. Kann man Kamera 2 in Bild machen? So. Das war eine andere Regieanweise. Mal gucken, ob die funktioniert. Aber ich kann den Rasenmäher nicht benutzen. Egal, ich will auch erst mal hier erschrecken. Das ist viel lustiger. So, warte mal. Ey, der haut ab da. Da, jetzt haben wir sie in Bild. Sehr gut. Der haut ab, der soll nicht abhauen. So, jetzt aber von hinten kannst du dich anschleimt mit X. Ja, und jetzt erschrecken. Mit so einer Panik. Terrorisiert. Und jetzt haust du noch drauf. Alter, du bist so ein Psycho. Ich bin Psycho. Oh, da kommt welche zu Hilfe. Alter. Da sind sozial engagierte Bären unterwegs. Nein. 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 Kamera 3. Alter, ich liebe dieses Game. Ein guter Bär ist ein toter Bär, sag ich auch immer. Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Das ist superschwer. Es benötigt mir jede Menge Skills. Also, die KI, die ist doch schon ganz schön, also wenn, oh, jetzt muss ich spielen. Ja, jetzt musst du mal eine Runde zocken. Alter Schwede. Die KI ist echt hart. Also, du hast doch nicht viel Leben, du küsst ein paar Mal auf die Schnauze. Ich meine, wenn dir so ein Eisbär so eins auf die Fresse gibt. Ein Teddybär, hallo, das sind Teddybären. Das sind keine Eisbären. Ja, aber süße Knopf. Eisbären sind ein Aussterben bedroht, Teddybären nicht. Deshalb kann man auch Teddybären töten, Eisbären nicht. Eisbären darf man ja nicht töten. Wir setzen uns ja für das Klima ein, liebe Freunde. Indem wir dieses Teddybär-Spiel spielen. Hattest du ein Teddybär früher? Ja, natürlich. Ich hatte auch einen Teddybär. Ich habe sogar meinen Teddybär irgendwann mal verloren und habe dann nochmal den gleichen Teddy bekommen. Da haben die Mutter erzählt, er ist gar nicht gestorben. Weißt du, wie der das mit Hunden macht, wenn die sterben? Nein, nein, der war nur weg. Der war nur weg. Der ist kurz einen kleinen Ausflug nach Honolulu gemacht. Auf die Insel ist er wahrscheinlich gekommen und verprügelt worden. Rumpel wurde es nie erzählt. Wir sind immer noch an der ersten Mission. Wir haben nämlich tatsächlich die Mission in der Probe schon gespielt und haben sie nicht geschafft. Ich hoffe mal, dass ihr, wenn ihr das Spiel dann spielt, denn es gibt dieses Spiel auch zu gewinnen. Das Geile ist, auch einen Bären in den Selbstmord zu treiben, ist genauso lohnenswert, wie es sich anhört. Ja, so. Ich werde mal jetzt gucken, dass ich hier den Cuddles, da kriegen wir jetzt jedes Mal die gleichen Informationen nochmal. So, ich nehme jetzt mal die Waffe mit. Ja, 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 weiß ich. So, und jetzt gehe ich aber erst mal stealthmäßig irgendwie rum. Und guck mal, hier, guck mal, ein Auto kann man damit fahren? Hallo Leute da raus, ich glaube, ich kann mit dem Auto fahren, Alter. Ja, aber irgendwie wird das nie aktiviert. Warte mal. Nein, du hast den Dings abgelegen lassen. Ja, ja, aber ich will, ich dachte, vielleicht kann ich nicht eine Waffe und ein Auto gleichzeitig, aber vielleicht geht das erst später im Spiel. So, ich nehme nochmal die Waffe mit. Ich würde sagen, wir machen, ey, wir machen das jetzt mal, warte mal, ich glaube, wenn ihr eine Waffe hast, kriegen die schneller Angst. Dass ich das ohne Waffe machen soll? Lass mal die Waffe liegen vielleicht. Alter, du willst mich doch nur in den Tod treiben. Nee, du kannst ja auch nachher dir den Machete oder den Baseballschläger schnappen, den gibt es ja nämlich da drinnen. Geh mal links jetzt, der muss doch irgendwo da in diesem tollen Domizil sein. Ich kann auch sprinten. Guck mal hier, die Flasche. Hier ist eine Flasche. Oh, wie geil. Ich glaube, ich muss die ja auch irgendwie nacheinander ausschalten, weil wenn die jetzt so beisammen stehen, dann kriege ich ja gleich auf die Schnauze. Seht ihr, die haben einen Anzug, das sind Rechtsanwaltbeeren. Wir müssen auch nur den Kattels finden. Ja, 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 das kennen wir doch schon. Wir müssen den Kattels finden. Boah, das ist die Machete. Oh, das ist immer shitty. Geil, immer shitty. Boah, das Spiel ist so geil. Wenn das im kooperativen Spiel muss spielen, würde ich würde sofort ein Let's Play mit euch machen. Kann man eigentlich auch die Krüge hier kaputt machen? Alter, voll fat money in the hood. Wo die alle ihre Geld lassen. Hammer. Hey, boah, voll der Randalist. Von der Randalist. Von der Randalist. Von der Randalist. Schnapp sie dir. Ja, 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 das kenne ich doch. Ist das der Böse? Bamm. Nee, das ist eigentlich nicht Kattels. Nee, das ist nicht Kattels, aber Geld gibt er trotzdem. Oh, eine Holoskola. Guck mal, sabotieren. Wir können das Ding sabotieren. Wie geil ist das denn? Ja, das Problem ist, du hast den... Das Ding sabotiert, so sieht es aus. Das hat sich ein bisschen angehört, da hat er da reingepieselt. Ach, gleich, guck mal, die Mucke. Wir fahren heute auf eine schöne Insel und schlachen ein paar Beeren ab. So, ich würde mal gucken. Oh, da sind sogar Hifische im Wasser. Oh, so, wer ist das? Das ist nicht Kattels hat so ein lila-Schäde. Au, aber hinter dir, der Portier von der Akku-Portier. Boah, Verletzung, der sich mal humpelt. Der Kill, die Machete, die macht alles weg. So, der Scheiß-Portier, was willst du eigentlich hier, sozial korrekt sein, oder was? So, ah, was, der lebt immer noch. Der Humpel, getötet, Paige Bebop. Was ist natürlich geil, wenn du den zu den Heinen, was? Hage heißt das natürlich. Oh, jetzt verstehe. Da links ist er. Links, wo, 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 ah, ich sieh's nicht. Da vorne, siehste? Das ist er doch, oder? Das muss ja sein, das ist Kattels. Kattels, du musst dran glauben. Wir schaffen es. Schnapp ihn dir von hinten. Bam, bam, bam. Oh, schade, den hättest du so gut erschrecken und fertig machen können. Nix. Ja, Mann. Well done. Sieg auf der ganzen Strecke. So sieht's nämlich aus. Ein New Target to punish. So, wir haben ihn, äh, was hat er da? Aua, was? Das ist der Kumpel vom Kattels. Oh, der hat auch eine Waffe. Guck mal, jetzt, äh, die wehren sich richtig. So. Hier, diese Stachelkackteen, die müssen wir doch auch irgendwie benutzen können, wahrscheinlich. So, jetzt greife ich den mal. Kann ich den greifen? Aua. Aua. Nein, nein, nein. Boah, du bist kurz vor Dad. Ja, aber, ähm, hab ich denn jetzt ein neues Ziel eigentlich? Ach komm, da kommt schon wieder einer. Ey, der haut da mit der Flasche der Rechtsanbär. Oh, der Schlöselbär. Die können auch blocken. Ja, vor allem, wie will der denn eine Machete blocken, so arm hoch, weißt du? Das geht, wenn du den richtigen Arm hast, dann geht das auch. Ja, Stahl, Teddy. Stahlarm. Hat seinen Draht. Aber, äh. Der ist ein steif Stofftier, der ist ein bisschen steifer, weißt du, von steif. Hier, du kannst mal weiterspielen, weil jetzt habe ich keine, kein, kein Health mehr. Ach so, dann darf ich direkt sterben, ne? Das wird zu risky. Nachher verlier ich noch meinen Fame als Pro-Gamer. So, da, das sieht gut aus. Oh, jetzt musst du mal hinter, hinter gehen, dahinter gehen einfach, ganz um ihn herumlaufen. Ey, ich mach den so platt hier. Sauber, sauber, alter. Bamm, also, das sind auf jeden Fall, so habe ich mir mein Teddy auch immer vorgestellt, im Endeffekt. Auf jeden Fall sehr viele nette Anspielungen. Es ist jetzt grafisch nicht das, äh, Oberhammer-Game, aber es ist halt, geht halt eher darum, irgendwie so ein bisschen, äh... Ich hätte gerne Sweet, Sweetie. Ja, aber der kriegt, der, das ist eine unterschiedliche Forderung von dem, äh, Hotel. Da kriegst du gleich aufs Maul. Sehr gut. Arschloch. Töten. Töten, okay, töten. Bamm. Entsplischt hab ich den, ey. Aber sowas von, alter. So, jetzt, guck mal, geht mal auf, geht mal auf Select. Ja. Drück mal auf Select, dann hast du nämlich deine, äh... Treife Bären in den Selbstmord, vernichte Einladung, okay. Also, das, das müssen wir noch, das sind unsere Targets. Abzinein Ziele, aber ich glaub, die werden wir heute nicht mehr machen. Ne, äh, äh, ich würd gerne einen Bären noch in den Selbstmord. Oh, geil, Alter, ich hab ein Leben, guck mal. Ich würd, ah, sehr gut. Ja, aber wie mach ich das denn? Wahrscheinlich musst du den so oft erschrecken, dass der Selbstmord. Versucht jetzt mal irgendwo einen Bären zu finden und den mal öfters zu erschrecken. Ist das eine Fleischfressen-Pflanze? Ja, kannst du aufheben. Ey, geil. Du hast eine Fleischfressen-Pflanze dabei. Ah, ne, die zeigt er gar nicht. Ah, war da ist ein Plüschfrosch. Ein Plüschfrosch? Den können wir auch hier. Ein Helm, guck mal, da ist ein Helm. Du kannst dir noch einen Helm aufsetzen. Oder war das auch eine Fleischfressen-Pflanze? Ne, ist ein Riesenschlüssel. Nimm den mal. Das ist eine Waffe. Was soll ich damit machen? Ja, schlag doch mal zu. Ja, ich kann nicht schlagen. Doch, wohl. Das ist doch ganz logisch. Mit großen Schlüsseln kann man zuschlagen. Denn für Türen langen die nicht. Die Türen sind alle viel zu klein. Ey, den brauchen wir bestimmt für irgendwas weiterlauft. Aber jetzt hast du die Machete weggemacht. Die Machete war King, ne? Nee, ich will auch nicht Machete. Die war King, ey, die ist zu gut einfach. So, wir musst mal einen Bär finden, damit du den erschrecken kannst. Lauf mal in den Park. Ich würde einfach mal vorschlagen. Kennst du ja Georg Kreisler eigentlich, Tauben vergiften im Park? Ne. Ach, das ist krass. Das ist ein kranker Scheiß, Alter. Tauben vergiften im Park? Nee, Tauben im Park vergiften ist kranker Scheiß. Ja, das ist ein Stück von Georg Kreisler. Müsst ihr mal bei YouTube gucken oder bei irgendeinem anderen Videoanbieter eurer Wahl, ob es da vielleicht Sachen gibt. Es gibt ja auch noch mal ein Video. Und es gibt beispielsweise auch noch, ne, die sage ich jetzt nicht alle. Ne. Genau. Wo ist ein Bär? Du hast alles entvölkert, Alter. Ja, es tut mir leid, ey. Du warst aber auch da nicht ganz unbittert. Wofür ist denn diese fleischfressende Pflanze? Ich bereif's noch nicht so ganz. Ich bin eigentlich fast davor, mal ins Wasser zu springen, mich vom Hai fressen zu lassen. Ja, eigentlich wäre noch ein Bär ganz cool, aber irgendwie sind keine mehr da. Wir haben die alle umgebracht. Die liegen alle am Boden. Ey, selbst die Anwälte können nichts mehr für uns retten. Da hinten ist einer, oder? So, hinten, hinter den. Versteck dich, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Nicht, nicht blocken, versteck dich. So kommst du da wieder raus. Jetzt sieht er, du siehst dich nicht. Jetzt greif ihn, ja, aber jetzt erstrecken. Okay. Letzt. Und nochmal, greif ihn nochmal. Warte, ich versteck mich nochmal. Und dann nutzt die Gelegenheit, sobald er wieder. Ja. Terrorisiert. Der muss sich doch langsam umbringen. Ja, der muss bestimmt dreimal, mindestens. Oh, ey, du Arschloch. Nee, versteck dich. Siehst mich nicht, Aua. Bin ja doch so super versteckt. Jetzt nochmal. Jetzt nochmal, greif ihn direkt. Ah, du musst ihn sofort greifen, glaube ich, wenn er noch erschreckt ist. Ah, okay, probiere ich mal aus. Ja, komm schon, kleiner Bär. Kuschel, kuschel, kuschel. Der hat gelbe Gubi-Stiefel. Nochmal. Ah, damn it. 77 nur terrorisiert. Alter, den kannst du ja nicht. Den kriegst du jetzt von mir eins auf den mit der hier eine Pampe. Mit dem Regenbogenschirm. Ja, jetzt ist aber der Rainbow-Time. Aber Selbstmord war das nicht, Alter. Nö. Ah, doch. Im Prinzip schon. Man darf das nicht so eng sehen. Mit dem Regenbogen-Sonnenschirm ist fast alles Selbstmord, würde ich sagen. So, ich würde sagen, wir haben ja noch ein geiles anderes Crazy Game auf Lager heute. Das war ja noch lange nicht alles hier. Naughty Dog, würde ich schon sagen. Naughty Dog ist natürlich der Hersteller von... Erstmal kommen wir aber zum Gewinnspiel, Alter. Ja, kommen wir auch noch gleich. Aber erstmal werfen wir den Bär den Haien zum Fraß vor, den guten Naughty. Achso, ja. Ja, dann versuch mal, ob das überhaupt geht. Wahrscheinlich geht das gar nicht. Schade. Du kannst bestimmt Bären nehmen und die dann da reinwerfen. Genauso wie du an die Kakteen werfen kannst oder so. Versuch doch mal einen zu nehmen und damit zu gehen. Vielleicht geht das. Da unten beim Radar siehst du übrigens. Das ist noch so ein Zeichen. Oh, die haben wir alle umgebracht, die Armen. Siehst du das da vorne? Das ist ein neues... Neues Terrain, neue Region. Alter, hier. Bären stark ist das. Vielleicht hätte man mal direkt auf die Minikarte gucken sollen. Hier, Level verlassen. Ja. Süß, ne? Die sind so süß. Die sind so süß, ja. Ach, so süß, die Bären. Die sind einfach super. Also das Spiel ist der Hammer. Das ist eins meiner neuen Lieblingsspiele. Ja, ich glaube, ich werde das auch nochmal privat spielen. Wenn ich denn... Die Bären sind hässlich, sagt der Kicken. Was? Hast du kein Herz? Der Grunker dir jetzt sagen. Kein Herz. Nutella-Geschichte, sagt da jemand. Ach, Nutella-Geschichte, das erinnert mich doch was. Da habe ich zufälligerweise was... Auf Facebook gesehen. Ja, habe ich so was auf Facebook gesehen. Auf so einem Kanal von so einem komischen... Ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll. Ich glaube, Rumpel heißt der. Weißt du, der Grunkert sich letztens als der verkleidet. Leute, die Nutella-Geschichte, ne? Die Nutella-Geschichte, die werde ich jetzt nicht erzählen. Nee, aber man kann mal auf meinen Kanal gehen gerade. Auf meinen Monitor vielleicht ganz kurz. Dann zeige ich euch mal was. Hier. Also hier. Ich mache das mal größer gerade. Warte mal. Hier, das ist süß einfach nur. Das ist eine Nutella-Geschichte. Das ist nicht der Rumpel. Hingegen links, das ist der Rumpel. Nein, das will ich nicht. Das ist ein Bild, was ihr im Internet finden könnt. Ihr müsst einfach nur einmal geben. Only the dog knows for sure. Ja, das heißt ja nicht, dass du das nicht warst. Nein, natürlich. Aber es passt einfach zu gut. Und ich wollte mir diesen kleinen Scherz erlauben, nachdem ihr mich wochenlang zugespampt habt mit Nutella-Geschichten-Forderungen. Vielleicht wäre es ja nochmal... Ich finde es einfach super. ...in einem Let's Play werde ich das dann mal erzählen. Ja, auf jeden Fall. Wir kriegen das schon aus dem heraus gekitzelt, ne? Trunk, das schaffen wir. Gekitzelt. Peace, yo. Peace, yo, Mann. Peace, yo. So, äh, Gewinnspiel. Ach, Gewinnspiel. Denn dieses tolle Game, was wir jetzt gerade gesehen haben hier mit den Teddybären, das gibt es zu gewinnen. Und zwar gleich 14 Mal. Boah, da müssen wir uns gleich gerne wiedersehen. Was ist das? Viermal für die PS3 und zehnmal für die Xbox. Was denn? Wahnsinn. Ist so. Ist so. Ist so. Ist so. Ist so. So, und was müsst ihr dafür machen? Ich würde sagen, entweder als Bärenverkleid oder auch einen coolsten Teddybär-Fotografieren. Genau, fotografiert euch mit eurem Teddybär. Alter, weil Teddybärs sind so hart, Mann. Zeig, so Teddybärs. Das ist so stylisch. Das ist so hart. So, äh, Pro-Game. Teddy-Style. Das sind Teddybären. Teddybären sind so hart, Mann. Teddybären machen nicht alle. Teddybären können mit einer Machete nicht ganz kaputt machen. So, stopp. Wäre ein starker Shit. Ich habe keinen Teddy, da kannst du dich auch als Bär verkleiden oder so. Kommt, Leute, den Teddybären. Oder ihr kauft euch ja nicht mal. Klaut irgendein Kind in Teddybär, meine Fresse. Vielleicht, wenn wir mehr Teddybärs zu Hause hätten, gäbe es weniger Gewalt auf dieser Welt. Einfach, einfach richtig real sein. Hier, Naughty Teddy. Einfach Kindern in Teddy klauen. Sechs, siebenjährige kleine Mädchen. Mit einer Machete. Zack, den Teddy wegschneiden. Nein, natürlich nicht. Versuchst du was nicht zu Hause, ja? Nee, mach das bloß nicht nach, was der Rumpel sonst immer nachmittags macht im Bus. So, aber wir haben noch mehr Sachen. Oh, den Teddy will ich haben. Wir haben ja noch ein altes Gewinnspiel. Ja, wir haben noch ein altes Gewinnspiel. Was heißt alt? Das ist ja erst von letzter Woche. Und da musstet ihr euch als Goblin verkleiden und ein Foto davon schießen. Und es haben sich einige Leute als Goblins verkleidet. Und die konnten gewinnen. Aber kann ich es genau. Ja, aber erst mal habe ich jetzt hier von der Anita Krenn eine gute Besserung für den Gronkh. Oh. Oh, Milligratie. So schön. Eher kann Millentee oder Urin. Ich weiß nicht, was du da hast. Guck mal, da ist doch noch... Da bist du schon dran gestorben, weil du da in der Mitte liegst mit deiner Wutperücke, ne? Ja, warte mal. Schon dran entstickt an dem Zeug hier. Gerade mal geht noch mal runter von meinem Monitor. Ich mach meinen Monitor aus kurz. Ich muss mal gerade noch hier Skype zumachen, sonst... Oh, warum wird Skype-Adresse etwa gerade zu sehen? Nee, war sie nicht. War sie nicht. Okay. So, beenden. So, jetzt könnt ihr wieder draufgehen. Der nächste, der erste Goblin von Pussy Paradise. Wir haben recherchiert. Er ist männlich. Er ist männlich, klar. Er ist männlich. Pussy Paradise hat einen ziemlich fiesen Goblin dargestellt, muss ich sagen. Mit einem Ninja-Schwert. Alter. Solche Waffen, ja, zu Hause, die müssten eigentlich verschlossen sein. Was machen die hier einfach so auf Fotos? Ein sehr mysteriöses Foto würde ich bei mir danken. Ein sehr schönes Foto. Grün angemalt, wie ein Goblin ebenso ist. Hier, also Messer und Hieb- und Stichwaffen sind auf jeden Fall sehr beliebt. Und Mara Roronoa, so ähnlich. Ja, da haben wir am Gronkh und ich mal Goblin-Cosplay gemacht, als wir da... Genau, Gronkh und Soraza heißen die beiden. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, deshalb gewinnt dieses Foto natürlich nicht. Ach so. Weil der Rechtsweg ausgeschlossen ist, dann wäre wir wenig mitmachen dürfen als Gronkh und Soraza oder was. Genau. Das ist sehr orkisch, aber auch geil. Wir wollen die mal zeigen, die Gewinner kommen gleich. Genau. Aber Hammer. Ich weiß gar nicht, ist das Rost oder ist das Ketchup auf der Säge? Oder ist das Eigenblut? Oder einfach Farbe, die vorher verschickt. Bist du so hart, dass das Eigenblut war? Ja, noch ein bisschen was auf dem Zähnen. Jona Funke. Das war der Jona. Der Jona. Aber der Funke ist übergesprungen bis zu uns, Jona. Ha, 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 ha. Alter. Ich finde es super, das Bild. Hast du dir gut Mühe gegeben? Ist natürlich eher ein Ork, deswegen passt es nicht so ganz, aber ist cool. Auf jeden Fall. Und das finde ich schon sehr Goblin. Goblins allein 75 Prozent weniger Schaden durch Seifenblasenattacken. von Sarazar und können danach doppelten Schaden gegen Gronkh verursachen. Hey, der ist mir sympathisch. Wieso? Weil der doppelte Schaden gegen Gronkh macht? Doppelten Seifenblasen-Schaden. Nee, 75 Prozent weniger Schaden. Doppelten Seifenblasen-Schaden. Nein! Was für ein Schaden? Bin ich schon wieder. Alter, ich zünd dich an. Boah, Vorsicht, das kann brennen. Ja, das kann brennen. Auf der Haut brennt das hier. Oh, wie schön das aussieht. Das brennt auch. Endlich hast du mal auch ein liebliches Anklitz. So, nächstes Foto von Mino Schwiegmann. Die haben gerade... Ein Doppelgoblin. Ein weiblicher Doppelgoblin. Die lieben, die mögen ihr Steak lieber blutig, wie man sieht. Und essen auch gerne Tomatensauce. Alter, aber der Lippenstift ist nicht so gut aufgetragen. Nee, finde ich auch nicht. Aber ist ein cooles Bild. Sehr cooles Bild. Vielen Dank. Was haben wir noch? Oh, unser erster Gewinner. Den fanden wir sehr lustig. Das ist echt Schreck in homomodulierer Form. Boah, ich habe mich gerade erschreckt. Ach, komm, nein, der konnte nicht kommen. Der war so offensichtlich. Schreck. Schreck, lass nach. Aber ich finde den Blick und vor allem diese roten Augen, die passen sehr gut. Super, finde ich super. Wie findet ihr denn? So ein Psychogoblin ist der. Flachwitze Beino? Was? Schrecktastisch findet ihr den? Schrecktastisch. Hier haben wir das Nächste. Und zwar auch wieder ein Gewinner. Tragedies, heißen die beiden. Hoffentlich ist Name nicht Programm. Aber hier auch wieder mit den gefährlichen Küchenmessern im Mund. Das bitte nicht zu Hause nachmachen. Genau, immer die richtige Seite nach außen bitte. Sonst gibt es den Joker-Mund. Also besser gar nicht. Vor allem, guck mal, das Messer in den Haaren. Das ist ja krass. Das ist total crazy, Alter. Aber ist cool, Leute. Sehr cool. Sehr cooles Bild. Auch ein Gewinner. So, die ersten beiden Gewinner wurden... Nächste Gewinner. Uh, das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, Elfen-Goblin oder so. Ja, das ist so ein Crossover. Mutter war Elfe, Vater war Goblin. Danach ist das entstanden. Also Elfen-Goblin-Bastard, sozusagen. Bastardin, wenn dann überhaupt. Bastardin. Aber? Dexter Morgan. Dexter Morgan. Den kenne ich doch aus Dexter, aus der Serie. Dexter Morgan ist aber kein weiblicher Name. Hat er seine Freunde fotografiert? Oder ist das hier ein Cosplay? Das ist interessant. Was steckt dahinter, Dexter? Was steckt dahinter? So, Nächster. Alter. Ist auch kein richtiger Goblin. Ist auch mehr so ein Org. Aber einfach so geil aufwendig, dass wir sagen mussten, Mensch, der muss gewinnen. Ja, außerdem, der arme Kerl mit dem verunschalteten Gesicht, da kann man sich ja nicht raustrauen auf der Straße. Das, äh... Ne, da kann man nur als Cosplay rumlaufen. Finde ich auch. Aber, äh, sehr gut, der hat auch noch ein zweites Foto eingesendet. Hier, Sauron, wie er leibt und lebt. Sauron hatte aber keine langen Haare, glaube ich, ne? Ne, und Sauron hatte... Sauron war ein klassischer Kurzhaarträger. Aber der Helm, der Handschuh und der Streitkram sind auf jeden Fall Sauron. Und da dachte er sich, Mensch, heute lasse ich mal die Sauron raus. Und, äh... Alter, ich kriege hier schon Blasen an der Hand, an der linken. Ja, die Sauron rauslassen, die habe ich ja schon ein paar Mal gebracht, ich weiß. Aber der liegt einfach so auf der Hand, wenn da Sauron sitzt. Aber ich finde es geil, das Kostüm. Vor allem die Zähne. Ja, die Zähne sind Hammer. Die sind ja fast wie deine nach der Zahn-OP letztens, ne? Als du beim Zahnarzt warst. Hammer, aber auch gut geschwingt, äh... Hammer. Gute Rüstung. Richtig draufwäschne. Ich würde mich interessieren, ob das selbst gemacht ist oder ob das tatsächlich gekauft ist. Ich könnte mir bei ihm vorstellen, dass er gerne mal auf den Lab geht. Also es sieht schon sehr professionell aus. Lab, wer das nicht kennt, Live-Rollenspiel, kann der aber googeln. Das sind so Events wie Drachenfest und so, wo man sich trifft mit mehreren Leuten. Warst du mal auf den Lab? Ich war schon mal, ja? Echt? Ich war auf dem Drachenfest, zweimal war ich da. Ich muss sagen, ähm, als Kälte. Als Kälte? Braveheart! Freihalt! Also meine so hier, blaue Dings, hatte so lange Haare und da war ich so lange her, war ich noch jung. Ich hab mal, äh, ich hab mal ne Gruppe, also mein Vater ist, weil irgendwann, erst erzähl ich ne Geschichte von meinem Vater, guck an. Ach nee, aber nicht von deiner Oma, bitte. Nee, ist bei uns, äh, in der Heimatstadt, äh, in nahe München, ist der spazieren gewesen und da kam so ne Lab-Truppe aus dem Wald. Und, äh, ich schau immer auf den Monitor, tut mir leid, ich bin das noch nicht so gewohnt wie der Gronkh, ich bin noch nicht so Profi. Jedenfalls, äh, waren wir da, äh, war er da unterwegs, ist gekommen, da kam so ne Lab-Gruppe aus dem Wald raus, irgendwie fünf, sechs Mann oder so. Und mein Vater, äh, hatte die gesehen und wollte dann sowieso irgendwie rechts in den Wald rein und ist halt so des Weges abseits gegangen. Und, äh, ging dann so hoch und er sagte, einer von diesen Lab-Leuten, oh, ein des Weges kundiger. Ja, mein Vater hat auch direkt gelacht. Und hat auch gedacht, mein Gott, die haben echt ne Waffe hier. Die haben echt, die haben sie nicht mehr alle, das ist echt alles verbraten. Ich muss sagen, am ersten Tag kam ich mir echt blöd vor. Obwohl ich ja auch DSA früher gespielt habe, eigentlich auch Rollenspielfreund bin. Am ersten Tag war es schon ein bisschen strange. Dann habe ich ein bisschen Milch getrunken. Ich finde vor allem die Zauberer, das ist immer anstrengend. Wenn die Zauberer dann irgendwie so, blitzig finden, blitzig finden, blitzig finden. Ja, das ist ein wirklich, aber manche auch so geile Kostüme haben. Und das war ein Ork-Überfall, mitten in der Nacht ein Treu. Und dann lachst du da. Wenn die das auch richtig können mit den Waffen und so weiter. Nee, lachst du da, lachst du da. Da ist 5 Milch getrunken, hat es von vor dem. Dann muss ich auch noch Wache halten. Und dann gibt es einen Ork-Überfall mitten in der Nacht um 3 Uhr. Wer lässt sich um 3 Uhr nachts einfallen, hey, wer überfallen mal das Keltenlager. Und dann muss ich aus dem Zelt aufstehen und mein Kumpel, mit dem ich da war, hat gedacht, nicht beim Liegen, Alter. Hier haben wir auf jeden Fall unseren nächsten Gewinner, oder den letzten Gewinner eigentlich, den fünften. Hammer, finde ich. Also da ist Ausdrucksstärke drin. Der ist echt cool, groblänisch. Muss ich sagen, hammer cool. Dem würde ich nicht gerne nachts begegnen. Zum Glück scheint er irgendwo in einem deutschen Reihenhaus eingeschlossen und läuft nicht frei in den Wäldern herum. Der Hintergrund, der hätte noch so ein Wald sein müssen, dann wäre es richtig cool gewesen. Aber es ist vielleicht ein bisschen kalt jetzt so. Ja, ich glaube auch. Also zu der Ehreszeit wird es problematisch. Aber cool. Die Narbe unten links, also das Blut macht mir ein bisschen Sorgen, da dann abgekommen. Ja, aber das ist halt ein Goblin, der ist hart im Nehmen. Ja, Goblins sind einfach hart im Nehmen. Goblins, wir wissen ja auch aus World of Warcraft und vielen anderen Legenden, dass Goblins so einiges drauf haben. So. Obwohl sie ja immer ein bisschen kleiner und schwächer sind als die Orks, aber dafür meistens intelligenter als die Orks. Ja, fieser. Hinterhältiger. Ja, Goblins sind schon, die sind schon, so ein Goblin, das ist schon was. Das ist was fürs Leben. Ja, das ist was fürs Leben. Was fürs Leben. So, hinten können wir mal den Loop wieder drauf bringen. Dankeschön. Ganz kurz Info aber noch. Wenn ihr gerade unter den Gewinnern seid und den fünf letzten genannten Gewinnern, dann schreibt doch bitte an, hier, Bauchbinde, sehr gut Jungs, sehr gut Jungs, unter Facebook.com LPT Live schnell eine kleine Message hinschreiben, dass ihr gesagt habt, ich bin einer der Gewinner. Das wird natürlich auch noch überprüft, ob ihr es wirklich seid, weil wir sehen ja, wer das Bild eingeschickt hat. Und dann einfach rüber damit, rubbel die Katz und schon werdet ihr dann mit Adresse bitte hinschicken, alles inklusive und dann werdet ihr von einer jungen Frau informiert, dass ihr dann gewonnen habt und was ihr kriegt und wann der Preis an euch geht und was weiß ich was. Werde auf jeden Fall dann auch an euch geschickt. Ob ihr jetzt reich seid oder nicht. Reich? Mir reicht's. Reif reicht's. Wie war denn mal? Wir hatten jetzt, was war denn nochmal der Gewinn? Ach ja. Es war Erbukoniers. Genau, Erbukoniers. Ihr kriegt ja einen Key für Erbukoniers. Der Key, der kommt ja nicht per Post, deswegen braucht ihr gar nicht eure Adresse schicken. Schickt einfach, dass ihr gewonnen habt. Ihr kriegt den per Post. Der Saraz hat's gesagt. So, sehr gut. Weiter geht's mit einem lustigen Spielchen, einem kleinen, da der Rumpel ja auch Professor Doktor ist, wollte er mal seine Skills zeigen am OP-Tisch. Professor Doktor Med oder was? Medizin. Na. Professor Doktor Med Wurst. Na, du bist mir in Medizin. Na. So, ich mach mal hier das Spiel auf. Das ist noch alles geheim hier. Alles geheim. Ich muss... Und ja, fang ich an oder fängst du an? Fang du ruhig an. Ich mach mal hier gerade auf Mute. Und zwar sind wir in, das können wir mal hinten draufbringen, Surgeon Simulator 2013. Warte, wo ist das Galpell? Das Galpell? Welches Galpell? Ich wollte dir mal gerade den Kopf aufschlitzen. Was? Was? Also ein klein bisschen, um uns einzubinden. Na, das ist ein geiles Game, richtig abgedriftet. Wer dachte, Naughty Beer wär abgedriftet, der hat den Surgeon Simulator noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen. Und zwar könnt ihr, wie ihr das mal seht, wir können mal ins Fullscreen gehen auf meinem Lepitop. Ihr könnt dieses Game supporten bei Steam Greenlight. Es ist momentan free to play. Und zwar hier bei der Bauchbinde, die ihr jetzt gleich sehen werdet. Da, zum Spielen auf gamejambosserstudios.com. Da könnt ihr es euch runterladen oder auch direkt im Browser spielen. Ihr braucht dafür Unity, den Unity Web Player. Ich klicke mal zum Beginn und wir können mit der Bauchbinde rausgehen. Dankeschön. So, hier nehmen wir die Kutschfrau. Jetzt ist ja wirklich die Frage, könnten wir den Gronkh jetzt operieren? Weil er krank ist, ne? Weil er krank ist. Deswegen, müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass es ein Gronkh, wir müssen ihn jetzt helfen. Wir müssen seine Stimmbänder reparieren. Dr. Rumpel, er braucht ein neues Herz. Der Patient, er braucht ein neues Herz. Was können Sie tun? Kein Problem, Alter. Ich werde jetzt mal hier ganz wissenschaftlich, ich kann mit der linken Maustasse runter. Und wieder rauf. Und wieder runter. Die Tasten, man muss so ein bisschen mit, wie heißt die, kann man greifen mit der Maustasse runter. Und dann kann man auch den Arm drehen. Klavier spielen kann man auch. Du kannst auch mal den Stinkefinger zeigen, das hast du eben geschafft. Mach das nochmal. Ach ja, genau, hier. Warte mal. Ja, so. Was, der ist krank, der Patient? Ne, warte mal, warte mal. Ich mach mal hier, ich mach dich den Stinkefinger. Den Stinkefinger mach ich hier so. Yeah. Rock and roll. Warte mal, ich kann hier so. Hier so. Heute wird aufgewollen. Ja, genau. Jetzt müssen wir aber erstmal hier. Guck mal, die Tattoos, die Tattoos auf seinen Fingern, um dafür die Buchstaben nicht vergessen. Aber Alter, ich hab schon jemanden operiert, scheint's so. Oder ich hab's schon mal versucht, auf jeden Fall. Ich hab, der Spieler ist jetzt hier gerade zum ersten Mal. Ich geh jetzt mal runter und werd mal hier das Ding nehmen, so. Und werd mal gucken. Nein, das war noch nichts. Vor allem, wie du da deinen Finger so durch diese Matte doys, ist ja, ey, das gibt mir zu denken. Oh, du kannst es aber gut. So. Du bist ein richtig guter Operator. Ja, erstmal das da raus hier. So, und jetzt, äh, hier sehen wir den Patienten. Ich werd noch mal kurz streicheln, denn alles, was jetzt kommt, wird nicht mehr so nett sein. Hier nochmal kurz streicheln. Mmh. So. Oh, das ist ein ganz lieber. Hier sehen wir unser Instrumentarium. Hm, was soll ich denn nehmen? Guck doch mal im Chat, was ich nehmen soll. Ja, genau. Guck doch mal. Jetzt schreib doch mal, was er nehmen soll. Wir haben hier zum Beispiel einen Hammer. Wir haben so einen kleinen... Skalpel. Wir haben hier auf der Seite auch noch Sachen. Äh, oh. Hammer, nimm den Hammer. Den Hammer? Nimm den Hammer, der ist der Hammer. Axt. Skalpel. Die Säge. Hammer, 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 Hammer. Hammer räumt ab. Probier mal den Hammer zu nehmen. Hammer, okay, dann nehm ich den jetzt in der Hammer. Hier ist der Hammer. Erstmal Hammer, schön die Rippen einschlagen hier. Flammenwerferhammerleine. Erstmal greifen, Moment. Säge kommt auch noch dran. Wir können ja beides mal zeigen. Erstmal der Hammer, dann die Säge. Vor allem zeigen. Die Leute wissen gar nicht, wie schwer das ist, die meisten. Das ist übelst krass. Also ich hab's überhaupt nicht in der Reibe bekommen. Der Hammer in ... Aber das Spiel ist der Hammer, sag ich euch. Ja, 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 ja. So, dann jetzt mal hier ... Pamm. Oh, jetzt gewinnt die Säge langsam. Oh, nein. Alter, das kann er, das kann er wohl nicht. Ein Hammer gleich im Körper. Weißt du, der Kruppel ist einer von den Doktoren, die immer was vergessen bei einer OP. Hast du auf einmal so einen Hammer in der Brust. Alter, ich muss erst mal hier mit meiner Hand wieder klarkommen, bevor ich mit dem Hammer weitermachen kann. So, ich geh jetzt mal rein. Oh, nein! Oh, mein Gott. Er ist gestorben. Zwei Minuten 24 hat's gedauert. Okay, mal gucken, wie lange ich's schaffe. Alter, jetzt kommt der Doktor Sarraza dran und der wird das hoffentlich besser hinkriegen. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Nein, die war gut. Da gibt's keine Alarmglocke. So, wie sieht's aus? Ja, ich zieh schon das Ding ab. Komm mal hier mal mein Lappo geben. Das sieht schon gut aus, oder? Ja, ich mach das behutsam. Alter. Hier, ein bisschen beim Blutschlappern. Hier, Deutschlandfahne drüber und ab fürs Vaterlande. Guck mal hier, zack. Guck mal, jetzt hab ich mir ein bisschen Freiraum geschaffen. Man muss ja aufwarten. Also erst mal guck ich mal, ob das Harz überhaupt da ist. Du bist irgendwie leise gerade mit deinem ... Ach ja, ich müsste das eigentlich anmachen. So, jetzt müsstet ihr auch was hören. Ah, hier ist das neue Herz. Das ist Trans von Transmatics. Die haben es mir eben rübergebeamt. Ey, die Kiste bleibt nicht auf. Ey, weißt du, jetzt genau, wollte ich schon sagen. So, das ist das schöne neue Herz, was ich hier integrieren soll. Und weil sich ja so viele Leute die Säge gewünscht haben, nehme ich die jetzt mal. Ja, nimm die Säge. Die ist aber gar nicht so einfach herzunehmen, muss ich mir gestehen. Ja, das ist so eine Frage. Aber gut, ey, ich dachte, du hättest es jetzt schon gehabt. Ich auch eigentlich, aber ich dachte ... Oh, dann knapp verfehlt. Ha, nicht runterwerfen. Nimm die Zeigefinger mit. Äh, kommt schon weg. Alter, hast du was getrunken oder wie ist das hier? Vor der Operation trinkt man auch nix. Schön Jack Daniels reingezogen, aber eine ganze Flasche. So, jetzt. Jetzt Ritscher Ratsch. Warte mal. Wie bei Max und Moritz. Oh, nein. Er ist die Säge im Körper drin. Hey, Alter. Das gibt wieder Röntgenbilder, die auf Facebook landen. Oh, 140 Milliliter hat er nur verloren, das geht ja. Ah, das geht doch. Hey, ich mach' ein bisschen ... Weißt du, man macht das so. Was machst du denn da für eine Handbewegung? Die sind ja überhaupt ... Komm, nimm mal die Kreissäge. Nimm mal die andere Säge. Die Kreissäge. Die Leute meinten bestimmt die Kreissäge. Den Zahnstocher hier. Wir sind ja auch im Kreißsaal, ne? Ne, sind wir nicht. Äh, doch? Sind wir doch wohl? Nein, wir sind im Operationssaal. Ach so, ist das ein Unterschied? Ich glaub schon. Ich hab keine Ahnung, ich kenn mich nicht aus, bin kein Doktor, aber vielleicht haben wir halt ein paar ... Mit der rechten Maustaste kannst du deine Hand bewegen, ne? Nach oben und nach unten, nach links und nach rechts. Jetzt komm schon. Ja, 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 jetzt die linke Maustaste loslassen. Nicht die Finger loslassen. Ja, ey, die bewegt sich sogar schon. Oh. Ach, oh, was dann. Oh, es tut mir leid. Alter, du hast mal fachgerecht alle Rippen in einem Schnitt weggebracht. Das war doch super, Leute. Hey, hallo? Ja, so, jetzt mach mal den Torso auf. Ey, weg mit dem Zeug hier. Das braucht doch keiner mehr hier. Weg. Oh. Oh. Ey, Alter, es kann nicht sein, die eine Ripp hier. Aber behutsam, Alter. Du machst das sehr behutsam. Ja, ich bin ein guter Arzt. Ja. Sag ja. Noch atmet der Patient. Alter, das ist wie ... Ach, du Schittel, ey. Das ist doch ... Ich glaub, du musst da mal mit größeren Geschützen drauf. Ich glaub, ich muss da mal mit dem Skype hellen. Alter, mit ... Oder mit dem Hammer. Oder mit diesem Q-Tipp-Behälter. Der Q-Tipp-Behälter reißt das alles raus. Drück doch einfach das neue Herz einfach so rein und mach das Ding wieder zu. Ja, mach ich auch, genau. Aber mein Lappen ist ja weg. Guck mal, wie der aussieht. Guck mal, der Typ. Alter, da bist du wieder zu schnell gefahren, oder was? Willst du mal in meine Hand riechen? Ist da eine Grippe hier? Vielleicht kannst du mit so einer Rippe auch ein bisschen Schlagzeug spielen oder so. Komm, jetzt ... Auf den Lumpen. Ah, guck mal. Ich krieg das Zeug nicht raus hier. Ey, das hängt irgendwie nicht. Ich muss da noch mit der Säge ran, glaub ich. Hier kommen. Wieso, das geht doch gut aus. Braucht doch keiner hier so eine Grippe. Eigentlich doch einen hast du schon mal. Ja. Das kann sich nur noch um drei Tage handeln. Aber ich bin ja schon länger als du am Operieren, ne? Ja, aber du machst ja auch nix. Also hör mal. Ey, der hat noch voll viel Blut. Hallo? Ich musste ja auch den Hammer nehmen. Das war ja von der Community so bestimmt. Den nehm ich jetzt auch aus Solidarität. Ja. So, und jetzt mit der rechten Maustaste schön rauf und runter. Das sieht irgendwie ... Ah, nee. Alter, ich hab irgendwas falsch gemacht. Ich frag mich was? Ich dachte, ich wär voll der gute Arzt. So, ich mach das auch noch mal. Ich werd noch mal gleichzeitig parallel noch ein zweites Game starten. Ach du Scheiße. Jetzt hier. Wie kann ich dein Zimmer? Äh, ja. Mit der rechten Maustaste drücken und dann die Maus bewegen. Dann machst du da verschiedenste Bewegungen. Ey, das macht der nicht hier. Was ist das denn für ein Hammer? Ja, guck mal. Das ist doch ... So. Toc. Nein, ich hab meine Kettensäge. Aber ich hab dafür das Kalpell. Alter, das geht nicht. Hilf mir doch mal, Rumbi. Ja, was soll ich denn machen? Du musst doch cool, äh, Doktor hier. Soll ich mal die Maus machen? Ich bin Chefarzt. Ja, genau. Hier, mach du mal die Maus und ich mach den Dings. Genau. Das klappt doch super. So. Und ich mach hier die Hand. Willst du die beiden Finger? Ja, Moment, 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 Moment. Wir schaffen das. Gemeinsam. So, jetzt nimm mal. Weißt du, zwei besoffene Ärzte sind so ungefähr wie ein Halb nicht da, ne? So, jetzt schön halten. Ja, ich halte, ich halte. So, und jetzt ... Boah! Nein, 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 nicht noch! Alter! Junge, Junge, Junge! Du hast voll ... Oh nein, das gibt Blutverlust. Schnell, schnell, das Herz raus! Äh, ja. Nimm das Herz raus! Oh Mann, der Rumpel, ey. Der ist aber auch rapide. So, jetzt greif mal, greif mal. Ja, greif mal, greif mal. Ja, greif mal. Jetzt noch mal greifen. Ja, greif. Ne, du greifst. Doch, doch, das ist schon okay. Ja? Okay, eine Rippe weg. Die Rippchen raus hier, bisschen. Die verkaufe ich nachher im griechischen Restaurant. Lecker, schön. So, ihr müsst erst mal offen lassen, offen lassen, offen lassen, offen lassen. Ja, und jetzt greifen. Ja! Da kommt die Lunge raus! Ich frag mich, ob wir jetzt atmet der Typ. Ist doch egal. Komm, jetzt noch die letzten Rippchen oder ... So, jetzt nehmen wir das Herz. Das Herz raus, komm! Nee, das müssen wir abschneiden. Brauchen wir das Geld, ey. Alter, der verliert massig Blut. Das reißen wir! Ich glaub, das wird heute nichts mehr, alter. Ey, lass erst, schnell, nimm mich das andere. Das ist der Doppelherz hier. Ach so, Doppelherz, ja. Komm, schnell, 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 rüber, nach rechts. Hier, 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 öffnen. Komm schon. Oh, nein. Ich muss meine Hand drehen. Okay, Hand drehen einmal. Oh, ja, 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 ja. Das machst du wunderbar. Oh Gott. Und ich hab's. Du warst schon? Ja, ich hab's schon, ich hab's schon. So. Nein! 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 Das Herz ist runtergefallen auf den Boden. Der Patient wird sterben. Wo leider seit drei Wochen keiner mehr gewischt hat. So. Der Patient ist leider verstorben, weil wir aus Mangel an Herzen ... Was gehen hier ab? Du Arschloch! Kann ich dir mal eine scheuern? Genau. Weil wir ihn schon nicht retten können, dann wenigstens eine scheuern. Guck mal, der Finger sieht auch so ungeknickt aus so hier. Alter, ich glaub wir müssen jetzt weitergehen. Hier, du. Wir haben der Ärzte-Kaste keinen Gefallen getan gerade. Nee, also wirklich nicht. Leute, das Spiel ist für Umme. Ihr könnt das gerne spielen und könnt euch besser versuchen. Vielleicht kriegt ihr das hin. Wenn es irgendjemand hinkriegt, bitte das erfolgreich transplantierte Herz mal auf Facebook posten. Das würde mich interessieren. Und IBD Live hier schön, unsere Facebook-Seite. Einfach mal drauf posten. Also wer das schafft, kriegt von mir einen Hut gezogen. Wir haben es schon mal versucht in der Probe und es war schwer. Es ist sau schwer. Ja, aber es gibt bestimmt ein paar richtig gute Chirurgen unter den Zuschauern, die das können. Darauf ein paar Seifenbladen. Oh nein. So, ich bin mal im Login-Bereich. Oh, von Tira etwa? Von Tira. Und es hat nicht funktioniert. Sehr gut. Super. Na, wenn das mal nicht der Hammer ist. So, ich muss mich jetzt mal ganz kurz versuchen hier nochmal daran zu erinnern. Language is German übrigens haben wir eingestellt. Willen wundert's. So, und der Patch-Vorgang ist abgeschlossen. Ich springe nochmal ins Spielchen rein. Wir sagen jetzt gleich auf welchem Server wir sind dann, liebe Freunde. Bin leider noch ein bisschen verschnupft. Heute immer auch noch nicht ganz gesund. Was? Bei mir, ich hab schwarzen Bildschirm. Bei mir lädt Gameforge. Ah, hey. Ich krieg was. Ubisoft und Gameforge. Hammer-Titel, Tira. Wie gesagt, seit kurzem Free-to-Play. Wenn ihr heute nicht mitspielt, dann schaut ruhig sonst mal rein, weil das finde ich ja ziemlich gut auch von der Grafik her. Warte mal, sag mal, wenn du da bist, dann entscheiden wir sofort auf welchen Server wir gehen. Können wir gerne machen. Ich brech mal hier ab. Ich bin schon auf einem, und zwar auf Game hier. Guck mal. Siehst du das? Aha. Ja. 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 Geht das? Ja, los geht's. Ja. Leute, wir sind auf Kai-Dun. Kai-Dun. Also ohne den Kai, aber mit dem Dun. Genau. Kai-Dun auf dem deutschen Server unserer PvE. Ja. Wir machen uns erst mal einen neuen Charakter. Hast du schon mal die Klassen angeguckt bei Tira? Ich hab's ja schon gespielt vor Release sogar. Ich war sogar beim Tira-Event dabei in Berlin. Und da wurde dann so eine schöne Sand-Dings-Strandgegend aufgebaut. So. Wir können vielleicht mal auf meinen Monitor gehen. Dann kann ich mal ganz kurz zeigen. Genau. Hier haben wir den Menschen. Den gibt's natürlich in der weiblichen und in der männlichen Ausführung. Hallöchen. mit einem schönen Skorpion hier an der Hüfte. Dann haben wir hier Kastanik. Das scheint so eine Art Teufel zu sein oder so. Kastanik? Das sind so Elfen und so was in der Art. Ich meine, ich bin ja ein alter MMO-Hase. Das sind eher so Hanen-Leute oder so. Na. Ja, Hoch-Elf. Also Kastanik. Ja, die sind schon ein bisschen böse. Das sind so düstere. Die hat auf jeden Fall hier zwei richtig große Rasternudeln. Ja, die haben schon. Die haben schon. Oh, Pandas! Ich dachte, wir spielen ja Tera auch nicht World of Warcraft. Die Popori. Hey, ich bin doch Popori. Vor allem gibt's die nur. Das ist das Lustige bei denen. Da fragt man sich, wer machen die Liebe, ne? Da gibt's nämlich nur ein Geschlecht. Echt? Ja. Die haben vielleicht ihren eigenen Samenstau irgendwo und können sich selbst verdoppeln. Ja, ja. Ich nehme mal einfach. Na ja. Dann gehen wir mal weiter. Ich nehme mal einen Kastanik-Lady. Die sind übrigens die beliebtesten laut den Entwicklern, weil die so sexy sind. Kastanik-Lady? Ja, guck mal, zeig mal bei mir gerade auf dem Monitor. Geh mal auf die Lady. Oh, Hallöchen! Oh, Hallöchen! Oh, Hallöchen! Uh! Ja, äh, schon auch sexy. Aber ich glaube, ich werde mal hier, äh, was nehme ich denn? Die Hochelfen, wie sieht denn die Hochelfen aus? Da steht natürlich jetzt, weil ich frage mich schon, steht da, dass das Bronx-Bildschirm ist. Die muss aber mit doppelseitigem Klebeband ihr Kleid festhalten, weil sonst hält das nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Hallö, lalalalö! Jetzt zeigen wir erstmal mal, wir müssen mal einen Bildungsauftrag hier. Hier, hahaha. Genau, doppelseitiges Klebeband beim Abreißen tut's besonders gut. Zeig doch mal hier, ähm, bei dem Menschen die Lady. Kann man auch noch zeigen. Ich glaube, ich nehme ihn hier. Die ist auch vorzeigbar. Zeig mal die Menschenfrau erstmal. Die ist vorzeigbar. Ach, ich zeig sie ja gerade. Die ist vorzeigbar. Die habe ich doch vorhin schon gezeigt. Kastanik hier. Der ist ein Gern-Ess-Kastanien. Ich nehme den Baraka. Baraka war auch übrigens einer bei, äh, bei was war das? Street Fighter oder so? Gab es auch einen Baraka, glaube ich. Ja! Baraka. Und nicht den Baraka Obama jetzt hier, ne? Hahaha. Das ist mir eine Leuchte wert. So, klasse wählen. Okay, ich nehme, ich nehme, weil, äh, ich nehme Kastanik. Uh, da geht's jetzt, geht's noch weiter. Krieger. Lanzer. Boah! Was ist der alles dabei? Ja, das ist ja der Hammer. Äh, Zerstörer. Berserker. Oh, auch nicht schlecht. Bogengeschütze. Alter, was hat denn der für einen Bogen dabei? Priester. Und Mystica. Ich glaube, ich werde bei dem Lanzer bleiben, den fand ich den lustigsten. Die Lanze ist so groß wie der ganze Charakter. Das gefällt mir. So, weiter. Ich mache jetzt, verbringe jetzt nicht Ewigkeiten mit dem Charakter, sondern mache jetzt einfach mal weiter. Uh, cool. Dass der Name Sarazza vergeben ist, wundert mich irgendwie nicht, aber Sarazza LP ist natürlich auch vergeben. Das hier ist so hart und rumpeln hier. Name, ich mal gucken, ob ich meine... Hier in diesem Spiel Sarazza, Sarazza LP, Sarazza LPT, wie soll ich mich denn noch nennen? Tja, die Art Charaktername ist nicht zugelassen, habe ich auch. Warte mal, ich weiß wie. S4 Araza. Ach, was? Der Name ist nicht zugelassen? Das kann doch nicht sein. Ah, ich bin drin. Ich heiß Rumpel jetzt. Einfach nur Rumpel. Fertig stellen. So, da sehen wir die Welt, wie sie geladen wird. Und hier bin ich. Mit meiner unglaublichen Lanze. Wenn das mal nicht männlich ist, dann weiß ich auch nicht. So. Äh, spielen. Zur Insel. Ich geh mal, wir gehen direkt zur Insel, ne? So war das. Ja. Ja, hab ich über, bin ja immer noch. Ich hab keinen Namen mit Sarazza. Ich bin mal gespannt, ob wir da schon lauter Leute kennen. So, ich heiß jetzt Manarod. Manarod. So, pam. Mal ein ganz anderer Name hier. Sarazza ist alles weg. Komplett querfeldein. Also, mein Name ist Rumpel und hier sehen wir jetzt mal... Uh, das sieht aber nice aus, muss ich sagen. Da, die Insel der Dämmerung. Oh, die Insel der Dämmerung? Endlich geht's zur Sache. Da dämmert's mir. Zur Insel gehen wir direkt, ne? Ja. Hab Geduld. Da bin ich. Diese Insel. Oder? Ne, das finde ich nicht. Boah, grafisches Hammer. Spiel kostenlos. Übrigens kann er einfach loszocken. Der, der es wagt sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Wer ist dabei? Das fragen wir euch. Guck mal. Der Waschbär ist auch dabei. Ach was. So, kann man das eigentlich abbrechen? Ja, ich hätte mich echt Sarah Zahn nennen sollen. Da hast du recht, Sarah. Dann reite ich mal die weiblichen Charakterin nenne. Alter, hier ist schon mal richtig was los. Jetzt werden noch grad Texturen geladen. Aber jetzt haben wir so coolen Typen, weiße. Juhu. Hier ist der Rumpel. Mal gucken. Juhu. Hier ist der Manorot, der eigentlich Sarah Zahn heißt, aber nicht Sarah Zahn heißen kann, weil der Name weg ist. Komm, wir gehen mal runter von der Plattform und ich lauf mal hier in dieses kleine Zahn hier. Alter, finde, was hier schon gebacken ist. Hier sind ja schon einige, die sich eingebunden haben. So. Wer will mit dem Rumpel einmal durch Terra laufen? Juhu. Alle mal springen. Yeah. Wir hätten vielleicht so einen dicken Charakter nehmen sollen, ne? Wieso dicken? Ich hab doch einen dicken. Ah, du hast so einen dicken genommen. Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Hier, ich bin hier ganz vorne so ein kleiner, der hier. Guck mal hier. Juhu, der jetzt springt. So ein Blonder mit so Hörnern. Äh, warte mal. Ich guck mal kurz. Manorot heiße ich. Manorot. 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 Ich seh dich immer noch nicht. Huhu. Ich sag mal Huhu. Wer ist Rumpel? Der Rumpel ist der, der Rumpel heißt. Ich geh mal hoch hier zu diesen, siehst du, du siehst doch hier, genau. Du siehst doch, wo ich hinlaufe. Guck mal, ob du das auch findest. Ich bin doch bei dir, oder? Bist du bei mir? Direkt neben mir? Morix. Bin ich ja auf einer anderen Instanz? Tja, das ist die große Frage. Alter. Aber das macht nichts, denn ich bin hier mit einigen Leuten. Und irgendjemand, wie wechsle ich den Kanal? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja auch mit einigen Leuten. Ah, du bist da glaube ich, da gehst du gerade zu dem Haus da vorne, ne? Ja. Jaja, da seh ich dich doch. Warte mal. Bleib mal stehen, Rumpi. Ja, ich bin hier belagert von lauter Fans. Guck mal hier. Wo bist du denn? Nee. Kong ist krank, ist sie hier auch zum Beispiel. Alter, wie viele Leute hier sind. Das ist der Hammer. Oh mein Gott. Guck dir das mal an. Hier die Brücke ist zugespampt bei mir. Ich kann nicht mehr durchgehen. Hallo Leute. Schön, dass ihr da soll. Ich glaube, der Rumpi ist hier. Ah, hier, guck mal. Sarata ist Kanal 20 und Rumpi 19. Ach, Alter. Und trotzdem ist bei mir so viel los. Dann komm doch mal hier auf meinen Kanal. Wahnsinn. Auf den 19er. Kann ich das denn? Tja, das frage ich mich auch. Oh, ich glaube, mein Spiel schmiert gerade ab. Ah nee, das war nur ein kleiner Ruckler. Alter. Oben rechts in der Map. So. Insel der Dämmerung. Ihr wechselt den Kanal. Okay, ich gehe jetzt auf Kanal 19. Kommen alle auf Kanal 19. Lass mal den Kanal 19 crashen. Ah, jetzt habe ich hier irgendwas drin. So, bin ich wieder unterwegs. Yeah. Er lädt? Ja. Man erkennt mich an meiner Lanze. Kanal 19, ich bin dort. Hey Freunde. Boah, was hier abgeht, Alter. Jetzt ist Kanal 19, kommen sie alle. Ja, natürlich. Guck mal jetzt wie voll es wird. Ich stehe jetzt direkt auf diesem Plateau. Ey Leute, wir sind hier mindestens 200-300 Leute. Einfach mal am Start. Alter, guck dir das an. Boah. Wahnsinn. Also das habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. So, ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit man auch ein paar Leute erkennt. Man kann doch nicht einfach durch Charaktere laufen hier, ne? Kann man denn irgendwie so lustige Sachen machen? Ja, zum Beispiel Dance. Lass doch mal alle tanzen. Oder lass uns mal nackig aussehen hier. Ohhhh. Ich häng schon hier. Jetzt wird es allmählich richtig übel. Ähm. Sag mir mal wie das geht. Ich habe das ja noch nie gespielt. Also du kannst Dance, machst du einfach Dance, denk ich mal. Slash Dance. Aber wo musst du RT eingeben, oder was? Slash Dance. Nee, Slash. Einfach Enter. Enter. Und dann Slash Dance. Und dann wuh. Begroove ein bisschen ab. Begroove ein bisschen. Hast du nicht Musik? Du hast doch so Musik. Die Leute hören bestimmt noch den Livestream gleichzeitig. Und dann, äh. Ja, es ist immer geil, wenn sie nackt laufen. Verena? Das gibt mir zu denken, liebe Verena. Ja, ist halt eine leichte Doppeldeutigkeit mit dem... So, ich dance grad mal ein bisschen. Was ist denn? Ton ist weg. Dance mal mit. Ton ist weg. 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 Ich mach mal hier ein bisschen Musik an. Vielleicht nochmal die 80's Mucke. Hallo. Guten Tag. Kann mich jemand hören? Ton ist weg. Also mein Ton geht hier rein und da wieder raus. Äh. Ich weiß. Wir sind alle da. So, ich mach mal hier so ein bisschen Dance-Mucke. So, Leute. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Und jetzt alle. Dance. 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 Dance, 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 dance. Dance, dance, dance. Ja, guck mal. Ich dance wirklich so ein bisschen. Ich mach hier so ein Roboter, das passt voll. Alter. Wie es hier abgeht. Wie es hier abgeht. Wie es hier abgeht. Wie es hier abgeht. Hier geht richtig die Party, ey. Das Problem ist, ich kann eine Maus nicht mehr drehen, weil überall Charaktere sind, die mich hier einklemmen irgendwie. Ich steh mal hier hin. Okay, Leute. Jetzt geht's ab. Der Spatz geht. Ich lauf mal ein bisschen weiter. Boah, wie viele Leute hier tanzen. Vor allen Dingen, ich seh immer wieder Leute grau, da wird anscheinend grad die Textur nachgeladen. Hammer. Alter. Und jetzt mal alle springen hier. Komm. Eins, zwei, drei. Aber wir müssen über vier Sekunden warten. Oh, jetzt geht's los. Yeah. Vor die Party, Alter. Flash-Mob-Style, ey. Das ist richtig geil. Alter, Alter. Hammer. Was man so gemeinsam alles erreichen kann mit so vielen verrückten Leuten. Du musst jetzt mal ansagen. Wir können ja auch irgendwo hinlaufen, aber mir ist die Framerate so ein bisschen down. Nee, bei mir läuft's eigentlich ziemlich gut. Ich geh grad mal hier auf diesen Steg. Da können wir hier auf dem Steg noch... Boah, ist so ein schöner Ausblick. Seht ihr das? Oh, wo bist du nur da hingelaufen? Ja, einfach weiter hier, geradeaus. Und da können wir mal richtig... Das können wir ja zum... Boah, das wär jetzt so eine super Party-Location hier, Freunde. Alter, das wär der... Boah, das wär der... Boah, das wär so eine Rooftop-Party, ey. Du bist ja ganz alleine. Ja, ja, die Leute wissen, da merken das noch nicht. Doch, doch, die... Jetzt merken die es. Guck mal, mein Bildschirm... Alle laufen jetzt zu dem Ding. Yeah, ist das ne geile Party-Spot hier, ey. Okay. Hammer. Und hier können wir noch mal ne Runde dancen. Und ich guck grad mal, wie ich denn in mein Inventar komme. So, ich bin... Ich bin... Ich steh auf den Boxen auf den linken. Jetzt weiß ich grade gar nicht, mit welcher Taste... Vielleicht kann mir das jemand sagen, krieg ich den Charakter angezeigt. Das ist B, N... L ist das Logbuch für die Quests. So... Ich komm hier irgendwie... Ich weiß grad nicht, wo ich bin. Bin so ein bisschen verwirrt. Hier bin ich nochmal. Dance Party! Ich geb mal ein... Gibst du noch andere Sachen an? Hier musst du noch mehr geben. P ist der Charakter. So, mit P und I... Genau I kannst du das Inventar öffnen. Und jetzt kannst du dich ausziehen. Jetzt kann man eigentlich ausziehen. Also mit P kann da... Was, mit P? Mit P kannst du die Sachen... Das will ich jetzt auch. Mit P kannst du dein Charakterdings... Und dann kannst du die Sachen ausziehen. Jetzt kann man hier ne Flitzerrunde machen. Ah... Alle mal hier Nackeli hier. Uh... Boah, also mein Charakter scheint gut gebaut zu sein. Ich kann jetzt leider nicht sehen. Boah, was hier abgeht. Ich krieg hier die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten rein. Das müsst ihr mal bitte kurz unterlassen, sonst kann ich hier nichts machen. Wie kann ich mich ausziehen? Also irgendwo... Einfach P drücken und dann kannst du die Sachen so rausziehen in dein Inventar, was du noch mit I öffnest. Ah, mit I auch. Man sieht das aber nur bedingt. Also richtig nackt wird der Typ gar nicht. Echt? Ich dachte, ich könnte jetzt mal einen harten Rücken zeigen. Aber das geht wohl nicht. Also... Ne, so richtig nackt die da gibt es hier gar nicht scheinbar. Doch, ich kann auch meine Rüstung ausziehen und meine... Ja, du hast aber so groß lange Unterwäsche an. Aber wir können ja alle mal springen. Alter, was hier abgeht. Guckt euch das mal. Guck mal, kann man gerade auf meinen Monitor gehen. Guck mal, wie weit da hinten. Nur noch Leute, Alter. Was hier los ist? Alter. Bei mir auch, ey. Wahnsinn. Heute ist Striptease-Time. Wahnsinn. Striptease. Boah, krass, wenn wir alle hier hüpfen, ey. Wahnsinn, Leute. Was hier abgeht, ist echt krass. Das ist Flashmob-Style vom Feinsten. Gecrashed, sagen da welche. Das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es noch andere Sachen? Hammer. Disco, Disco, Party, Party. Yeah. Alter, die Luftschiffe, die müssten jetzt noch so Gladiolen haben. Oder so Feuerwerke abschießen. Das wäre geil. Alter, wir kommen hier nicht mehr durch, das ist ja klar. Wir kommen von dieser Brücke nicht runter. Wir kommen hier überhaupt nicht mehr runter. Ne, muss ja auch nicht unbedingt sein, ne, oder? Alter. Alter. Was ist jetzt los? Alter. Alter, wir haben gerade von den Admins wahrscheinlich irgendwelche Monster gespielt bekommen. Jetzt heißt es Krieg und ich bin tot. Alter, was jetzt abgeht, hier stehen die Leute schon aufeinander. Alter. Alter, die Teensarten sind im Start. Wie kann man den Kanal wechseln? Sag mal. Was? Wie kann man den Kanal wechseln? Ey, ich fliege. Ich fliege gerade. Sag mir mal, wie man den Kanal wechselt. Ich bin jetzt nämlich verschoben worden auf Kanal 12. Oben. 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 tun da ja ich bin jetzt auch bei den jäger fällen müssen uns echt treffen da ist doch der baum bleibt bei dem bau stehen die rechts zu dem baum dann stehe jetzt direkt davor eigentlich vor dem baum vor welchem baum so jetzt müsst ihr nicht sehen können irgendwo warte mal du bist aber so ein kleiner charakter oder ja ich hätte lieber auch so ein dick nehmen sollen wie du das aber egal ist ja nicht so schlimm für darien das bist du nicht aber guckt doch wir sind ziemlich nah beieinander dass das so viel ja wir sind da wir sind auf jeden fall wir können uns ja mal bei diesen komischen statuen hier treffen bei dieser nasenstatue ja der sein osterinsel start war das er so nachdem aber es ist ein bisschen osterinseln wieder so ein muhr aber ich sehe dich ich habe den fortschritt musenfreunde bekommen cool musenfreunde hier ich bin jetzt direkt mannarrott bist du ja ich stehe direkt der ort verstehe mannarrott halte rotzlöffel da da ich sehe dich jetzt richtig nicht mehr weil da so viele andere leute sind aber man sieht also mal komm anrufen wird jetzt kann ich mal gucken gleich mal gucken habe ich den anrufen mal gucken wenn man so schreibt man dein handy ein scheinbar der welt überleicht jetzt mal sagen musst du noch vier sekunden warten dann hat er den eingeschaltet werde ich brauche also wieder netz ich hoffe das geht ach so ich rufe jetzt mal den grund an okay aber der hat leider heiser also er kann nicht lange mit uns reden aber ich rufe mal an ihr seid live dabei so leute hier haben wir gerade im thera das nicht ich gehe noch mal ganz kurz wieder voll spiel auf mein bildschirm da siehst du noch pixel eigentlich mehr ist das nicht mehr alter ist tut ich weiß nicht ob er dran geht alter da geht er dran warte mal ich meine freie spreche hallo morgen kann man drei ist der wahnsinn was da abgeht bei thera oder du kannst die klinke in das handy stecken dann höre ich kann die klinke in die hände in dem warte mal gerade was soll ich hier noch mal muten so hört hört man hört man das liebe regie rede mal was kommt hört man das in der regie nein wir hören dich hören ihn nicht momentan schade kommt das geht leider nicht aber ich mach dir noch mal frei sprech oder er hat einfach nichts gesagt das kann auch ja er redet jetzt wieder hört ihr den grong denn kann man das mal im chat sagen alles gute dronk liebe grüße grong gibt mal die nummer von grong ich gebe mal deine nummer weiter ich brauche dich hier wieder ich musste die regie das ist wie alles so anstrengend vor der kamera du siehst uns ja auch gerade hier könnt ihr mal wicken ich sehe alles ich darf noch nicht gucken dabei und dass wir mit dem zeitverzögert ankommen da bin ich immer ein bisschen verwirrt gerade das stimmt naja alter wir sehen uns jetzt immer so morgen oder so und dann wünschen wir dir noch alle gute besserung hier allesamt und noch einen super tag machen wir das nicht ne also ich bin dann krank am freitag lieber wir können ja mal krank machen einfach mal blau oder macht der rumpel geht schon wieder jetzt bin ich wieder alleine warte ich muss mal wieder seifenblasen auf den lehren sitz machen ja super gute besserung alter wir hören uns ja später noch mal ey love and peace und so was wir rufen dich nach dem stream noch mal an gleich wir rufen die gleich noch auf der heimfahrt an bis nachher das war der gute kommt da ist er ich könnte hier so rein rein zoom und dann sieht man echt nichts mehr man sieht einfach nichts mehr ja das ist der hammer also man muss wirklich sagen also also so ein flash mob aber schon lang nicht mehr gehabt ich glaube der wer welcher flash man auch riesig war bei der pläne zahlt der flerende zeit nee nicht ja der war auch cool aber noch cooler war das hieß anders planet shift du meinst plane zeit plane zeit da wo wir wirklich nackig gelaufen sind das ging ja so ich versuche mir aus war das kommt leider nicht raus ich komme auch nicht raus weil das ist natürlich in dem spiel ein bisschen problematisch aber es hier dann kann ich durcheinander das ist aber logisch weil du kannst hier ein spiel an direktes kampfsystem hast ja und da will der andere kann er doch sich leute nach vorne stellen ja und die können blocken bin der alter mmo-hase a2 bin der alter mmo-hase ich bin der alter mmo-hase ich habe ja viele mmo-hase gespielt hat ja jahrelang mmo berichterstattung hauptberuflich gemacht den job den jetzige yoga gemacht übrigens der heute ja geburtstag hat kamera 1 sehr gut es ist young boy vielleicht kann mir mal die regie kurz sagen wie viel zeit wir denn noch haben ich weiß genau wie viel zeit wir noch etwa fünf minütchen haben was fünf minuten das hat mir gerade bestätigt ich habe nämlich noch ein in ihr zusätzlich das was kommen normalerweise nicht haben denn wir sprechen ja immer über die boxen deshalb habe ich heute noch mal in ihr sind indianer stamm gewesen die hatten so lustige frisuren weißt du so 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 in der mitte nur so hoch jetzt wir kommen noch ein witz über lady die und ich hau dir eine runter so sieht es aus lady die war ich damals 97 habe ich fernsehen guckt als sie gedeiht ist live ist live live ist live deswegen kriegen wir keine probleme sehr gut wir können wir hinten den loop drauf bringen vielen dank dann gehe ich mal ganz kurz hier in den an leute das war einer der geilsten flash mobs überhaupt la 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 richtig geil beste grüße aus österreich light fire king monster ist das oh krass das monster und es hat uns wieder umgeballert aber dann noch mal rein oh ich bin schon tot oh mein gott oh mein gott liebe freunde die alle hier gerade beim live stream dabei sind und hier natürlich auch beim flash mob bei tera es geschafft haben ich muss mich noch bedanken dankeschön für die teilnahme und ich fange schon mal an denn wir gehen ins wochenende es ist freitagabend es ist viel zu tun wir haben zwei tage frei so sieht es nämlich aus zumindest die meisten oder ja ich muss viel zocken ich muss ja vorzocken ich muss ja vorzocken ja zocken ist doch keine arbeit der zähl noch nicht es werden viele lustige spiele auf zukunft kommt ja auch bald raus wo heute wieder ein video auf meinem channel erschienen ist auch auf wumpys auch da werden wir auf jeden fall viele lustige sachen machen noch in zukunft da steht einiges an und nächsten freitag sind wir natürlich wieder live und stage dann wahrscheinlich wieder mit dem krieger und der rumpi hat seine sache sehr gut gemacht vielen dank auf jeden fall du warst ein würdiger ersatz hier für heute danke euch dass ihr mich ertragen habt und auch dass ihr den grunk krank habt sein lassen und mich als ersatz angenommen habt sehr nett wir machen jetzt noch mal hier kommt immer noch mal eine brau umarmung ist nicht der kommt nach der rumpi ist es kommt die brau am und die geht nämlich so jetzt geht es ja ja brach geht ins wochenende habt eine tolle zeit und wir sehen uns am nächsten freitag um 18 uhr jetzt wert zeit für eine bauchbinde sehen wir uns wieder und nicht nur extraitag denn wahrscheinlich ist Der Gronkh ja nächste Woche wieder fit und das heißt, es geht auch weit weiter mit unseren Let's Play Togethers und viel mehr Späßchen auf unseren YouTube-Channels. Wir machen vielleicht auch am Dienstag oder Mittwoch nochmal so ein Let's Play Together in der Woche, oder? Hängt natürlich davon ab, ob Gronkhs Stimme wieder funktioniert. Wenn ihr Bock habt, wir probieren es oder Trailer mal gucken, was es kippen wird. Auf jeden Fall, wir lassen euch nicht im Stich. Wir sind auf jeden Fall wieder am Start und wir freuen uns auf euch nächsten Freitag und noch ein super Wochenende, liebe Freunde. Tschö, haut rein!